wollen wir mal gucken gran turismo 7 heute erschienen für playstation 4 und playstation 5 gran turismo wie immer sony exclusive und wir gucken rein was es taugt herzlich willkommen und dazu so holger hei tobias matze andreas willi kuckuck ja food birthday und wir streamen einfach gran turismo skandal aber egal wir gucken uns mal an wir gucken was es so kann was es macht und was es taugt machen uns den ersten eindruck und ja wenn es halt irgendwie langweilig wird können wir mal was anderes machen aber wie versprochen heute erst mal gran turismo also es hat einen schnell so in dieser fuchtel wie früher naja ein rennen noch und noch ein paar coins und noch ein auto kaufen und noch eine prüfung da absolvieren mal gucken so wir haben wir noch nicht sebastian grüßt sich david dennis andre minja bänden moin moin allzeit gute fahrt niklas nabend mike zocks auch schon däumchen hoch genau umfrage habe ich mal weggelassen nützt auch nix gestern auch wieder so wenig daumen ich gebe es auf holzi grüß dich und dank fürs twitter sub ein grüß in die runde tom thompson halter falter 100 jahre nicht gesehen gefühlt grüß dich also gute fahrt ja wir gucken mal janik spielst du auf der ps5 oder ich hab dich gar nicht in der friendlist gesehen sascha habe ich um eine hundertstel überholt im warmwert modus da wo er die zeit überbrücken muss danke nochmal für den tipp sonst hätten wir echt noch lange lange zugucken müssen bernd grüßt sich dennis hey ja gran turismo das autorennspiel unser jugend bernd oder also bei mir war es auf playstation 1 somit ist erst dass ich richtig gesuchtet habe und ja 25 geburtstag wahnsinn wie die zeit vergeht ja fausa sieht sogar finde ich persönlich einen zacken besser aus was die landschaften und so angeht bisher mal gucken chris hi rennerst du dich ja der name sagt mir noch was test drive stimmt test drive habe ich gleich auf dem pc gespielt so amiga glaube ich war das noch ja es ist halt playstation exklusiv forza ist halt xbox exklusiv sogar dafür kostenlos im game pass bei xbox und sicherlich also forza reisen jetzt noch sicherlich nicht schlechter auf den ersten blick ist es ein bisschen anders so vom system die grasen nicht die landkarte ab sondern wir grasen hier unsere map ab aber wir gucken uns einfach mal an björn grüßt sich lukas kommen noch updates ja wie gesagt brandfrisch heute erschienen vierte märz und nicht noch mal verschoben worden ansonsten wenn ihr das erste mal installiert es ist tatsache in den video am anfang und was ihr nicht abbrechen könnt was ungefähr zehn minuten läuft und dank janik habe ich schon mal vorab gemacht und nur dass ihr wisst ihr könnt es aber im menü später wenn es einmal müsst ihr euch angucken ihr könnt dann in die optionen gehen und bei eröffnungsfilm den auf ausstellen ihr könnt ihn später zwar einmal dann skippen aber selbst dann wenn ihr hier auf ausstellt braucht ihr dann gar nicht erst zu skippen dann kommt da gar nicht mehr so ansonsten sieht es so aus wie früher also man geht einfach pass auf bulli ja so das ist praktisch die zentrale die sieht doch schon mal hübsch aus oder schön poliert und die icons erinnern mich noch an früher man wird so ein bisschen durchgeführt ich habe schon so ein paar sachen jetzt freigespielt also sowie so eine art kleines intro dann labern die mit euch und so ihr kommt zuerst zum gebraucht wagenhändler um euer erstes auto zu kaufen er fing nicht alles mit dem honda civic damals an oder so und wir haben bei autos immer die sogenannten leistungspunkte einfach eine zusammenfassung in einer ziffer für die leistung als biet und insgesamt die rennen sind teilweise auch nach lps sortiert ihr könnt erst dann und dann teilnehmen oder nur maximal bis so und so viel lp teilnehmen und was neues es gibt sammelbücher und 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 also viele spielereien die so langfristig motivieren sollen tom berlin exklusiv frank grüß dich dank für 20 richard christian grüße ja sieht schon ganz hübsch aus noch mit den fotos und so also das sind die gebraucht waren guck mal hier in amg 10 316.000 oder 9 11 turbo aber erst mal nicht erschwinglich 56k das hört so aus mini cooper golf gti ja es gibt aber auch viele viele autos geschenkt so ähnlich wie bei forsa das war der gebraucht wagenhändler als nächstes habt ihr natürlich eure garage wie sollte es anders sein die es thomas ein namenswetter grüßtig die es gilt voll zu machen mit schönem auf der ps5 mit schönem raytracing könnt ihr alles ein oder ausstellen die ps5 hat auch maximale performance selbst wenn ihr raytracing zuschaltet und die ps5 hat hammer kurze ladezeiten wird auf der 4 ein bisschen länger dauern also ich habe sowas von 30 mal so lange gelesen die ssd macht hier echt einen super job in der ps5 version in der anniversary ist die ps4 version mit enthalten wer es interessiert jens servus grüß dich sehr lustig habe gerade werbung für eine fahrschule nicht facebook ist so schlau oder so jungs 100 leute im am start herzlich willkommen 40 daumen da fehlen 60 daumen seid so lieb drückt einfach mal kurz auf den gefällt mir wegen mir auch auf den wütend emoji hauptsache es kommt eine reaktion wir spielen heute das lang erwartete gran turismo vor zwei billionen facebook usern und wenn ihr ein bisschen däumchen drückt dann schickt uns facebook vielleicht auf ein paar handys mehr und wir kriegen ein bisschen reichweite insofern dafür bin ich euch sehr dankbar hier könnt ihr halt durchswitchen verschiedene ansichten felgen und so weiter im showroom wie man so kennt sieht hübsch aus aber wie schon einer sagte also forsa steht dem in nix nach sammlung sammlung habt ihr halt nach ländern hersteller modelljahr sortiert und ja deutschland jede menge frankreich italien und er ist auch süß den habe ich schon den gab es als geschenk im fiat 500 maas opi nicht in fifa der erste glückwunsch philipp grüße in die schweiz dank fürs reinschauen nee heute anlässlich gran turismo release trauen wir uns ja freitags immer mal ganz dreist was anders zu stream 400 kilometer janik habe ich dich nicht mehr in der friendlist irgendwie ich habe dich bei den bei den listen nicht gesehen bei den freundes listen stefan servus sascha habe ich gesehen bist wieder in der schweiz wie da gehörst du doch auch hinten oder nicht marcel herzerfrischendes moin moin sei gegrüßt stabiler toyota ja mini cooper gab es ihm auch geschenkt also das gönnt schon gut dann gibt es ab und zu noch geschenke haben mal da unten habe ich extra jetzt aufgehoben ach so du hast im urlaub ja jetzt ist wieder zu hause ja weswegen ich habe du bist auf der fünf ne schicken weil sie so ranglisten motivieren halt immer und zwar machen wir mal das geschenk auf das solina tombola einsterne roulette tägliches training belohnung also könnte bei jedem tag so ein ding abgreifen benedikt grüßt sich viel spaß auf das game erfüllt deine erwartung ich bin gespannt erwartungshaltung ist immer bei mir ich habe mich einfach darauf gefreut gran turismo war immer eigentlich ganz schön ich habe auch damals dieses andere lange gespielt dieses drive club drive club hat mich tatsache lange motiviert weil es immer wieder kleine addons gab und immer wieder neue trophäen am anfang war es ja irgendwie ziemlich broken drive club zum schluss war es aber ziemlich okay so wir machen einfach mal das geschenk auf wie gesagt kleine tombola und guck mal das ist ja geil wenn wir so ein was haben wir denn da ist das toyota die jeweils fett aus komm lass gönnen mal das wir kriegen das zweite mal kriege ich dieses kleinste häufchen münzen das ist wie bei fifa packs einfach shit peter grüßtig frank guten abend an die sympathische community und ihr tom best streamer sei willkommen alexander da ist da grüßtig so na gut warum sollten wir auch mal ein auto gewinnen oder warum sollten wir am wochenende mappe in roh ziehen gut da waren wir in der garage selbst erklären was ein bisschen neues ist das café das führt euch so bisher wie ich so erkenne durch die story aber vorher hüpfen wir mal hier hin wir haben natürlich wie in jedem gran turismo das lizenzzenter am start zocke auch gt7 auf der ps5 alexander und bis schon weiter ich habe erst guck mal oben rechts wird jeder kilometer den ihr fahrt gemessen da ist der frank schmidt drüber mit top stars today aber da oben läuft so ein mannequin weiß ich die kilometer werden gezählt es gibt auch eine menge trophäen übrigens schon nach der ersten halben stunde gab es schon drei stück war ganz froh im gegensatz zu ellenring wo es dann doch etwas länger dauert kardia grüßtig sternenbombe aus der schweiz sehe ich schon kam keine lot kommt noch was da ist sie alter schwede die sterne sind wir aus mexiko mitgebracht oder boom einmal die boomsticker leute dankeschön krasser support nach dem urlaub gut erholt und gleich mit 700 sterne am start danke dir alle schon auf gold gefahren ne noch keine zeit gehabt und ich finde die fand ich schon früher immer schwierig die sind gar nicht ohne also ich bin noch nicht allzu weit gekommen wie gesagt ich habe ja das postteil das war auch erst beten nachmittag im briefkasten und bin noch bei der nationalen b-lizenz am wurschteln und mal gucken vielleicht fahren wir nachher weiter gibt natürlich da unten auch schöne autos geschenkt alle bronze alle gold ja gut das ist so wie man es eigentlich kennt ihr könnt die dann alle durchfahren die lizenzen bis zur abschlussprüfung also zehn wenn er die schafft dann kriegt er die a lizenz b international allen und die super lizenz die hast du schon alle durch sucht die ja irgendwann muss man in die schweiz kommen oh ja da haben wir ein großes fan eine große fanbase inzwischen in der schweiz aber ihr seid ja immer unterwegs matthias ist auch schon wieder auf reisen dann gleich noch ein abstecher nach österreich das sind auch ganz viel tommen upi ultras freu mich mega auf gt7 bin so gespannt hallo an die beste community und besonders die upi ultras patrick willkommen grüßt sich dankeschön für 40 sterne patrick haut einfach die party damit in den chat sterne party challenge hat begonnen motiviere deine zuschauer in den nächsten fünf minuten stand zu sind ich hoffe ihr seid hoch motiviert patrick nament und zappi grüßt sich so gut das sind die lizenzen ja also die können wir nachher vielleicht weiterfahren ist vielleicht zum zugucken nicht so mega spannend ich weiß nicht aber irgendwann muss ich es ja machen was ich noch nicht gefunden habe ist zum beispiel der multiplayer aber sind ja noch einige slots ohne icon also das heißt wir müssen uns hier nach diesem dieses gelbe symbol führt uns so ein bisschen und schaltet die map so nach und nach frei so meine vermutung olfgang namen grüß dich oh ja hey philipp haut da noch mal eine bombe raus noch mal 500 in die sterne party mit dankeschön für 500 felix mit 100 und korn zum ersten mal am start mit 99 sternen dankeschön multiplayer habe ich auch noch nicht gesehen ja kommt wahrscheinlich ganz am schluss ich dachte wir könnten heute schon ein bisschen multiplayer fahren müssen wir ein bisschen anklotzen oder was auch immer also aber motivativen motivativen auf jeden fall da den kram so nach und nach freizuschalten korn felix philipp patrick dankeschön für die stadt so nicht da wo es zirkus zählt ist und so da kommt man halt noch nicht hin da ist bestimmt auch noch irgendwas waren seit 99 sterne mal gucken drei leute noch drei minuten hat ob ich verdient mein scheffer timbo grüß dich corona lager gute besserung so präsentationsraum ist auch neu glaube ich ach so hier könnt ihr euch tatsache hier gibt es fotos irgendwie also ihr könnt ja fotos veröffentlichen online und bewerten und 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 tausend sachen machen schicke sachen dabei fotomodus ziemlich umfangreich benjamin benjamin winkels gönnt 99 sterne dankeschön für 99 mein lieber minja bin hallo sascha facebook geld multi kommt später hallo sascha sabrina nachricht von sascha oder wie gut facebook gehackt schablonchen angespannte bizeps dankeschön für 200 sterne party sternlie aus österreich olaf nabend so das ist der präsentationsraum und wo waren jetzt noch nicht weltstrecken kommt noch pass auf da gehen wir erst mal hin weltstrecken ist zumindest das was wir alles so weit freigeschaltet haben aber es freischalten müssen am anfang habt ihr jeweils eine strecke amerika europa asien und ja da kommt halt immer noch mehr dazu amerika ist erst der nassern eise speedway bin ich schon einmal gefahren und ihr kriegt halt immer coins wie gehabt und ab und zu halt auch autos geschenkt und zeit rennen strecken an akaderen benutzerren drift rennen gibt es hier nicht beim oval ansonsten haben wir erst ja eine strecke in amerika asien haben eine bin ich noch nicht gefahren road bean raceway dankeschön wird noch mal 50 so europa europa haben wir schon drei bin ich ein bisschen gefahren aber angefangen mit dem lange majoro jussuf moin dann fühle ich auf brauchst du nicht alles gut ich freue mich auch so über die sterne den bonus den es im dezember gab und facebook den gibt es ja inzwischen nicht mehr aber trotzdem dankeschön für die vielen sterne ja ihr fangt erst mit einem sunday cup normal an ziemlich easy bisher zu fahren dann gibt es den classic da gab es in der zweiten runde gab es dann den 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 fiat 500 geschenkt und die letzte der ist halt noch nicht spielbar also hier müsstet ihr halt einen auto der klasse kategorie 3 haben alles was rot blinkt könnt ihr halt erstmal nicht ändern fahrzeugtyp bereifung und 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 keine fahrzeuge die mitmachen könnten kriegen wir die heute fragen warum kein fifa und was sagst du zum futbolstil mit den stream mann ja ist ja nicht so schlimm aber bisher war noch nix patrick hat alter philipp hast du denn für sterne aus mexiko mitgemacht krass dankeschön für deinen support dankeschön für noch mal 1.000 sterne hat die leider nicht erreicht aber wie gesagt trotzdem vielen dank für den support und jussuf dankeschön für 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mal teilen danke philipp in die schweiz du musst öfter urlaub in mexiko und kommst dann immer so entspannt und großzügig zurück vermisst den stream freut mich so ja so läuft so eigentlich wie früher also was mir gut gefällt ist so das menü ihr seht jetzt ist nicht so ich warte mal ich mach mal kurz das oberling weg ähm guck mal also sieht doch richtig schön aufgeräumt aus ne da oben die eine status leiste alle kommt ins menü ihr seht eure credits ihr seht euer auto was ihr an dem ihr aktuell drin sitzt ihr seht die leistungspunkte und den fortschritt in der sammlerstufe die steigt immer wenn ihr neue autos dazu bekommt ziel ist natürlich irgendwann fuhrpark von 500 oder 1000 autos zu haben und ihr seht die täglich gefahrenen kilometer und die uhrzeit ja unten das menü also ich finde es sieht echt schick aus aufgeräumt so wie man es kennt ähm so muss jetzt so über die weg scheiße da ist es so guck mal philippe da bist du wieder topstar's today 2250 dankeschön einmal möchte ich erleben dass du nicht fifa streamst und diese frage nicht kommt und gerade heute bin ich auch gehypt drauf geht hier schon von ps1 habe ich gerade vorhin gesagt war so das erste ähm gut also die die richtig schweren kann man noch nicht fahren das heißt man kommt zu den strecken immer wieder zurück ansonsten äh bin ich hier jeweils einmal gefahren brands hatch alles sehr regnerisch hier gab es den vw käfer beim sunday cup den zweiten können wir natürlich auch noch nicht fahren leistungspunkte 630 und goodwood goodwood broke warte du hör mal auf jetzt mit sternen philipp die grafisch mega ja wobei strecke halt also ich finde die landschaft müssen wir mal gucken gleich wir fahren ja gleich mal los und dann schauen wir mal scheiße auf fifa wir machen jetzt da Multiplayer Multiplayer freispielen müssen wir aber erstmal dankeschön für nochmal 180 so hier habe ich tatsächlich alles gefahren in england glaube ich wird bestellt glaube ich der ton hat glaube gerade sogar 3 für 2 ah ok wir gehen wir nach japan da ist noch einen easy sunday cup ohne noch nicht gefahren 5000 credits so hier dürfen wir mitfahren wir haben einen straßenwagen wir wären hier easy erster mit unserem aqua was ist denn eigentlich honda oder ich weiß es gar nicht das spiel hat zwei cds meins hat nur eine oder hast du vielleicht eine 4er oder eine 5er version rava ihr kommt drauf an welche version du gekauft hast also hier in der anniversary edition ist nur für die ps4 nur ein download code mit bei und nur eine ps5 cd oder blu ray oder was auch immer so wir starten mal entspannt also die anfangs rennen sind halt echt easy ihr braucht aber auch immer nur zwei runden zu fahren ich weiß noch nicht welche welche perspektive mir am besten gefällt eigentlich fährt man grand tourismus schon immer so in dieser die ist auch voreingestellt sonst bin ich ja immer diese aber die sieht echt ein bisschen doof aus also die auto von hinten guck ansicht ups ich schalte mal durch ich guck mal nein oh ich wollte die pause verlassen nicht das spiel ok scheiße ok wir waren ja noch nicht weit so viel zum kamera durchschalten ach toyota ist das stimmt nicht honda so pass auf jetzt aber äh ihr ich starte das wo war denn das ah r1 r1 zum kamera ändern ist ja halt dumm weil man vom gas gehen muss guck mal kommst du gleich also die ist halt ohne ohne drum rum aber oben einen schönen aufgeräumten rückspiegel ist von der übersichtlichkeit halt wahrscheinlich besser sieht aber nicht ganz so hübsch aus ne aber man sieht mehr in manchen autos ist halt das sichtfeld schon stark eingeschränkt in der vorherigen perspektive aber so hier habt ihr nur die motorhaube aber wie man sieht kein rückspiegel kann man vielleicht noch zuschalten wäre ja sonst ein bisschen dumm ähm ja das ist die einzige hinterauto perspektive ich fahre übrigens im mittleren schwierigkeitsgrad also ohne lenkhilfe aber mit dem normalen also so normalen blabliblub ihr könnt auch halt natürlich alles ausstellen es gibt eine trophäe da müsst ihr ein rennen gewinnen ohne fahrhilfen komplett es sieht so also es sieht schick aus es ist flüssig 60 fps und alles wunderbar aber es ist jetzt also wenn ich es mit forsa vergleiche jetzt kein meilenstein oder oder täuscht es also ich sehe die ziemlich auf einem niveau so und dann sind wir wieder da ähm ja mit welcher soll man nun fahren du hast eine ps4 ja das weiß ich da nicht da kann es halt sein dass es auf zwei auf zwei cds kommt persönlich finde die cockpit kamera schrecklich war schon immer so ich fahre normalerweise immer mit der ansicht wo du das auto von außen siehst aber die ist halt nicht so spektakulär ne ich glaube man muss auch wenn man mit dem lenkrad fährt dann braucht man halt schon diese cockpit perspektive aber mhm irgendwie fehlt immer dieses gefühl nach links und rechts wenn du beim überholen und so ob der da noch durchpasst das finde ich siehst du immer in der außenperspektive besser ähm danke für die däumchen nicht nachlassen guck mal wir haben noch potenzial 130 zuschauer 90 däumchen 40 sind ohne däumchen ich freue mich sehr wenn er einmal kurz drauf klickt kostet nichts tut nicht weh ah danke für euren support frage mich auch die ganze zeit ich fahre mal so mal so das ist dann schwierig ne vielleicht dann von einem gewohnheitsfaktor so gold schicker pokal guck mal der glänzt richtig geil sind der cup gewonnen siebeneinhalb ähm das ist ein bisschen hässlich warum dieses bonus fenster das so überdeckt da haben sie es halt ein bisschen hübscher machen können aber wird vielleicht noch gepatcht keine ahnung ähm credits bonus credits und gefahrene Kilometer ja ps5 rafael so dann könnt ihr hier halt natürlich die replays in allen varianten ihr könnt aus sicht jedes autos glaube ich auch ihr könnt fotos machen und also wie immer kann man denn hier miniaturbild aufnehmen ach so ihr könnt dann noch für euer profil und so sachen einen einbasteln normen grüß dich boom und tag gesagt und gleich 200 sterne danke dir so also easy erster platz wir gehen auf verlassen und ein follow von andreas willkommen so lp ohne limit zwei runden erster platz 5000 coins mehr gibt es jetzt hier nicht in japan oder ein cup nur ein cup nur also ich glaube wir müssen jetzt ins café tatsache gehen damit er uns andere sachen freischaltet weil meiner meinung nach habe ich jetzt alles abgegrast ähm weil da leuchtet jetzt auch dieses dieser gelbe marker poste einmal normen keyboards können 200 stern jetzt kommt der leuchtest normen dankeschön hast du auch eine ps4 ich habe auch noch alte ps4 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 pro warum ist mein stream in englisch marcel vielleicht irgendwo verstellt ich habe nichts geändert wer auf den gefällt mir button klickt bekommt ein lob von der community genau und wer nicht in den clubs daumen hoch geht raus carsten dankeschön turbo grüßt sich so wir gehen jetzt mal ins café da kommt immer kurz eingeblendet labern sie unten ein bisschen und hier sind die sammelkarten also ihr könnt immer drei autos gehören immer in ein album also eine kleine neben motivation wir haben die sammlung europäische kleinwagen klassiker abgeschlossen viert 500 der mini und der käfer so und hier ist luca luca ist der café besitzer der blabbert dann immer so ein bisschen und führt uns am anfang so ein bisschen durch durchs menü weiß nicht was da am ende noch kommt solange sobald sie ihre belohnung haben kann ich ihnen einige geschichten über die autos erzählen und wir haben ein neues roulette ticket also scheinbar tägliches training und vollendete sammlungen geben immer los tickets und eine neue strecke eine neue welt ah ok also es ist so ne wir schalten nach und nach alles frei und wir haben den high speed rink in japan und einen tuning shop der ist nämlich wichtig weil ich konnte bei einem rennen nicht teilnehmen weil ich die reifen nicht verändern konnte also wir konnten keine reifen kaufen micha grüße bis jetzt sieht es echt nice aus heiko grüßtig mir geht's gut hoffe die auch wir spielen heute zum release gran turismo gucken mal rein stella ist auch am start aber die will gerade nichts von uns und menü buch nummer drei das hatten wir aber eben er hat doch aber jetzt noch ein symbol ah tuning shop ist jetzt offen ok da gehen wir doch gleich mal hin kaufen sie tuning teile und verbessern sie die leistung ihres autos richtig alexander grüß dich da arbeitet rupert willkommen sie müssen tombalin sein ich habe schon viel von ihm gehört er ist auch wahrscheinlich auf facebook unterwegs der rupert und aber nicht stalken den mann die rote eierpfeil am anfang wie lange spielst du da schon kevin seit 52 kilometern also nicht lange eine stunde vielleicht effektiv also effektive spielzeit anderthalb vielleicht ich finde einen schönen abend bis bald raphael danke fürs reinschauen ihr müsst am anfang halt so ein zehn minuten intro über euch hier gehen lassen mit einem langen video was er nicht abbrechen könnt da wird nochmal nachgeladen installiert und so könnt ihr dann aber im menü abstellen wenn ihr es einmal müsst ihr es euch aber angucken also die teile im shop sind in fünf kategorien unterteilt von sport bis extrem sehen sich die reiter oben an wenn sie sich in den anfängen ihres abenteuers befinden werden sie mit sportteilen beginnen fahrer mit hohen sammlerstufen biete ich auch ausgefeilteres tuning an ist relativ übersichtlich oben ne sport club sport semi rennen rennen extrem und man kann halt das fand ich halt früher immer geil den wagen noch ein bisschen aufzumotzen um einfach ja die rennen nachher zu schaffen weil irgendwann war dann der wagen so schön aufgemotzt und dann konnte man sich endlich den nächsten wagen leisten 100 sterne war halt auch immer rupert du musst kommen aus dem lock oder hey marcel dankeschön für 100 sterne warum läuft denn der tier da läuft es weiter zum ersten mal am stadt mit stern bei uns im stream dankeschön dafür und normen dankeschön nochmal für 200 ich freue mich schon auf gran tourismus leider heute abend noch zur nachtschicht wir jetzt morgen abholen jo macht ja bestimmt spaß geht so in zwei wochen eingesperrt ist doch geil kannst du zocken nee ist nicht so geil natürlich gute besserung ich habe jetzt auch im bekannten kreis so den einen oder anderen fall das ist manche sind trotz booster ganz schön ganz schön ganz schön am seufzen also es ist wohl teilweise doch ziemlich unangenehm müde noch ein schmerzen gliederschmerzen abgeschlafft und so also allen die es gerade haben darunter leiden gute besserung gewünscht so wollen wir jetzt was kaufen was machen auf jeden fall reifen glaube ich ich glaube wir brauchten reifen auf jeden fall ich habe nämlich irgendwo konnte ich nicht teilnehmen aber ich will erstmal jetzt kein geld sinnlos ausgeben wir gucken noch mal in die garage da ist was zugekommen da ist ein roter marker unser geschenk genau also gehen in die dritte lotterie wenn wir wieder nur das kleinste münzhäufchen bekommen ein auto und ein auspuff oder könnte das sein ich krieg wieder das kleine ding da oh nein das große münzhäufchen sind wie viel 10.000 ist doch schon mal mehr als 2000 damit haben wir insgesamt 75.000 offen konto und gucken mal so jetzt leuchtet eigentlich nichts präsentation zwar überall wir gehen noch mal auf die weltstrecke und gucken mal was in japan jetzt freigeschaltet worden ist weil für die anderen strecken bin ich zu low hier da haben wir jetzt zwei von neun ich habe diese hier die anniversary edition genommen alexander so sunday cup ne den haben wir doch schon ach da oben fast übersehen high speed ring gt cup gruppe 4 pass auf guck mal jetzt wird es nämlich eng jetzt müssen wir vermutlich hier leistungspunkte ohne limit und hier haben wir halt bestimmt knackige gegner hier können wir jetzt nicht fahren ohne tuning oder sind wir hier echt noch komplett zu klein ich bin gerade ein bisschen lost wo müssen wir jetzt also den haben wir geschafft da würde ich mir mehr so noch eine dicke trophäe wünschen man sieht halt nur dieses kleine vorherige rennergebnis in 1 du hast die ps5 und die ps4 version drin du hast ein hübsches hübsches stil pokal drin für sammler für freaks ansonsten ist noch ja ganz ruhig mal vollversion das spiel zur unterlagen ist noch einen code drin für die ps4 und mehr weiß ich musste mal bei amazon gucken so das spiel hat übrigens cross gen also ihr könnt ps4 und ps5 kann zusammen spielen angeblich auch für die vierer ohne große oder für die fünfer ohne leistungs abfälle leistungsabfälle auch verkehrt aber ich weiß nicht wie das mit der ladezeiten gehen soll weil ps5 ist ja fast instant drin und müssen wir mal gucken starkt haben das noch was anderes heißt eldenring spiel ich privat jeden abend momentan ja hat jetzt sogar horizon erstmal pausieren lassen weil eldenring macht einfach so viel bock macht sehr viel spaß wir müssen jetzt echt mal finden wo wo wir jetzt fahren können hier den haben wir gewonnen noch mal europa gucken also italien da ist nur dieser hier gt cup gruppe 3 hier brauchen wir den rennwagen wir haben keinen rennwagen also hier kann ich nicht mitfahren ähm in brands hedge hier könnten wir mit fahren oder ne warte ne quatsch auch nicht rennwagen gruppe 4 hier clubman cup guck mal leistungspunkte 350 unser aqua das ist ja witzig gemacht guck mal unser aqua da oben könnt ihr sehen ne könnt ihr grad nicht sehen der hat gerade ähm 349,25 leistungspunkte das heißt wir können noch nicht mitfahren aber deswegen müssen wir jetzt in den tuning shop gehen um hier mitfahren zu durften ah nee 350 maximum wir brauchen die reifen das war's also man geht jetzt auf ähm Fahrzeug wechseln wir nehmen unseren geschenkt bekommenen Mini Cooper kriegen da ein grünes Häkchen und haben jetzt wie gesagt hier konnte ich nämlich nicht weitermachen weil mir die reifen gefehlt haben ihr seht da blinkt rot sport wir brauchen entweder sport high medium oder weich oder hart medium weich und ja welche kaufen wir wie ist das wetter welche reifen nimmt man medium am besten oder jetzt gucken wir mal ob wir von hier direkt wir haben komfort hart und wir brauchen sport reifen ok das heißt wir müssen dann von hier aus tatsache in den shop gehen bisschen umständlich der weg aber vielleicht jetzt auch nur von mir dumm gemacht jetzt noch das neue trust master den grad kosten 800 öcken ui so ok komfort hart die sind die einzigen reifen die wir haben das zeigt er zumindest schon mal an und wir kaufen einfach sport mittel für 2500 na das machen wir oh und eine trophäe erste tuning schritte vierte trophäe insgesamt äh ist relativ trophäe freundlich zumindest am anfang und ähm schon sieben prozent fünf bronze trophäen tatsache ähm es gibt eine ganze menge bronze die ersten sind kommen alle von selber aber es gibt dann auch teilweise sachen ähm die schon herausfordernd sein können zehn mal auf dem podium gelandet regeln lizenzen erworben alle lizenzen erhalten alle lizenzen in gold das wird schon knackig für mich zumindest zehn rennen auf staubpisten gewinnen leeren tank in einem rennen auto zehnmal waschen und das kriegen wir auch schnell hin ähm tunen und so weiter und dann kommen halt 100 fotos in der rennfotos geschossen und dann kommen halt spezialaufgaben wo ihr bestimmte autos für braucht so wie es früher halt auch immer war audi a18 tdi und 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 verschiedene sachen kaufen 10.000 trifftpunkte verdienen 500 600 stundenkilometer also eine menge motivation 100 fahrzeuge in der garage parken aber ich glaube es ist eine menge machbar wenn man eine weile dran bleibt zumindest sieht es gar nicht so verkehrt aus wäre schön meinen stream zu sehen wo du ellen rings bringst äh gab es am wo ich wann gab es den vorgestern vorgestern nachmittag kannst du dir auch gerne als video die angucken bin ich durch limgrabe gestreunt und von level 20 auf level 30 gespielt oder auf level 26 nachts dann auf 30 so also wir haben jetzt die mittleren reifen drauf und gehen jetzt noch mal zum rennen und gucken mal ne welches waren das jetzt hier so jetzt haben wir überall grüne haken da steht nur treibstoffverbrauch zweimal die müssen wir tanken ne ne also wir dürfen jetzt teilnehmen wir rocken jetzt mit einem mini cooper und den fetten neuen reifen rocken wir jetzt einfach sind das alles offline trophäen ich frage für den trophy hunter ha ha rob du auch weiß ich jetzt nicht ich glaube ja holger muss los schaust dir morgen an du bist so fleißig wir sind alle stolz auf dich und denken an dich holger rein gehauen zwei runden goodwood motor circuit ähm ich glaube aber ja wäre fies ne wenn sie die eine so eine online trophäe reindrücken aber ich glaube es sind alles offline so mini cooper let's go wir fahren wieder in der cockpit perspektive und gucken mal wie sich die neuen reifen machen wird wahrscheinlich easy sein oder äh stick nach hinten rechter stick nach hinten ist der äh die hinterkamera das ist halt alles am anfang noch so brav ne also es fühlt sich jetzt an als wären wir 30 km h fahren aber immerhin 136 steht auf dem taro ähm ich komme auch nicht wirklich näher obwohl ich vollgas gebe kann halt sein dass wir jetzt hier noch nachtunen müssen tatsächlich aber ach ne moment wir dürfen ja gar nicht da stand 350 leistungspunkte oder niedriger wir machen das einfach durch skill windschatten früher was ich auch früher echt viel gespielt habe und gerne gespielt habe war wie hieß das metropolis street racer oder irgendwie so dreamcast war das dreamcast oder war das xbox ich weiß gar nicht wer wo es immer diese kudos gab für schönes kurven fahren und so platz 4 ich komme nicht rein ich gebe ununterbrochen vollgas es ist einfach so meinst es gibt windschatten wird halt nichts angezeigt aber muss ja bremsen sagt er wir bremsen nicht wer bremst verliert oh 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 ok doch shit bremsen wäre besser gewesen kleine schikane und gleich zwei plätze verloren jo das wird dann wohl nix beim ersten platz fehlende ps macht der tom einfach hinweg das war jetzt nicht gut die aktion wenn wir nicht unter die ersten drei kommen gibt es gar nichts ne außer gefahrene kilometer ich finde so rechts links die streckenlandschaft sieht aber kann sich ja auch noch ändern bei anderen rennstrecken aber es sieht zumindest hier ein bisschen karg aus so gerade so im vergleich zu forsa aber kommt ja bestimmt noch ist jetzt auch hier kackwetter also das kommt auch noch dazu es gibt wunderschöne so Sonnenuntergang Sonnenaufgang wunderbare reflexionen jetzt ist hier gerade wirklich neblig wolkig englandwetter was mich halt auch stellt warum ich ständig rechts sitze war das beim kehrlingen käfer wenn ich nicht weil käfer sind kein britisches auto das jetzt fahren wir ja was fahren wir jetzt jetzt fahren wir den mini ne das ist ja okay aber ihr habt doch vorhin auch in einem anderen auto rechts gesessen ich komme nicht auf den dritten platz einfach wir müssen jetzt die kurve einfach perfekt nehmen vielleicht doch ein bisschen anbremsen denkst du da kommt der innen vorbei das gibt es doch nicht halt wieder richtig schlecht gefahren voll verkackt aus dem Windschatten rauskommen zieh zieh nochmal Windschatten schnell oh da naja da braucht man einen Chip und vielleicht noch ein Fahrwerk aber ich darf ja nicht über die 350 kommen halt die 4 ist jetzt auch sehr steril aber vielleicht ist das ein abstraktes Menüdesign oder es ist einfach die Strafe wenn man nicht unter die Top 3 gekommen ist hmmm Plätze gut zu machen das ist jeweils in der in der einen Kurve da sind die alle so ein bisschen gestruggelt ähm nicht dieses Popper Grün nur da drauf das sieht irgendwie nicht so professionell aus sonst alles schön polisch deswegen stößt einer das irgendwie gleich auf ja oh oh Gran Turismo haben wir guten Abend Tom und alle anderen Dominik Dompi grüß dich Dankeschön für 100 und Timo und Timo Dankeschön für 200 Herzlich Willkommen ja Mensch haben wir es verkackt aber ich sag mal so denn da es immer nur am Anfang so unter zwei Runden geht die Rennen ist man ja leicht gewillt nochmal zu fahren sieht schon geil aus die ganzen Minis Timo und Dominik Dankeschön wir grüßen dich muss die Bremssattel lackieren bringt pro Sattel 5 bis 10 PS ne jetzt mal ach guck mal 322 doch wir haben noch Luft weil ich war vorhin auf dem auf dem auf dem Toyota also wir haben noch 28 Punkte knapp also sagen wir 27 dürften wir noch vergeben das machen wir jetzt wenn es sowas gibt wir müssen in den Tuning Shop Leute Trust me die Jahrlinie ist sehr wichtig effekter Bremspunkt glaube ich dir aber müssen wir erstmal rausfinden Ideallinie ist ja zum Glück eingezeichnet aber der perfekte Bremspunkt war halt nicht gut die Reifen sind okay oder Sport Medium vielleicht können wir noch ein bisschen was am Auspuff schrauben ach guck mal Sport Auspuff sehe ich jetzt wie viele Punkte der bringt weil ich darf ja nicht über die oder kann ich den zur Not auch wieder abnehmen weiß das schon jemand ähm der hat das Aussehen und den Klang verändert mehr erfahren dieses Teil reduziert den Widerstand es sieht natürlich auch verdammt gut aus und den Sound ach doch da steht es oben rechts guck mal äh wie es geht runter maximale Leistung Drehmoment gibt wieso gehen die Leistungspunkte runter könnt ihr das sehen da guck mal gehen von 3,21 ach ne auf 3,25 ich hab nur die Nachkommastelle eben gesehen wie dumm Mr. Bean wär stolz auf dich ja stimmt kannst du abnehmen guck mal wir gehen auf 3,25 und wir kriegen 2 kW mehr einen besseren Drehmoment Gewicht geht runter obwohl Gewicht wir bauen ihn jetzt einfach mal ein zack guck mal so dann können wir noch Sport Luftfilter bringt nochmal 3 Leistungspunkte 50 kW rein da Sport Computer oh der pusht ja richtig 7 Leistungspunkte ja hab gesehen blau ist immer mit dem Tuning Teil woher warst du denn das schon als ich denke du warst in Mexiko im Urlaub wo hast du denn schon Gran Turismo und Bremsbeläge ist wichtig 3,44 und dann hauen wir hier noch eine Straßenaufhängung rein 3 nee jetzt geht's runter aber die Stabilität erhöhen ist eigentlich nicht schlecht das will ich haben weil es vielleicht für Leute die nicht so gut lenken können was ist mit Gewichtsreduzierung da sind wir drüber 3,54 können wir also nicht nehmen was ist ein weiche Reifen Toa bodenhaftig weiche Reifen bieten mehr Bodenhaftung wollen wir nicht die weichen Reifen noch nehmen komm auf 3,65 gehen wir auch drüber und hart geht man runter ok scheiße wir hätten vielleicht statt dem anderen Quatsch die weichen Reifen nehmen sollen hab immer Gran Turismo spielt und mit denen natürlich aha schon YouTube gesuchtet im Urlaub oder alle Preview Videos rein hier so so jetzt wird es aber easy sein hoffentlich so fett getunt gehen wir nochmal ins Rennen haben jetzt 20 Leistungspunkte zugelegt ähm welche Strecke waren wir hier Clubman Club 350 wir sind zugelassen also das bockt schon und wenn wir erst da wären kriegen wir 35.000 Münzen einfach nicht gut für Regenwetter weich gut es gibt übrigens dynamisches Wetter Tatsache aber ich weiß nicht ob hier in diesen Rennen oder nur in den Online Rennen und mit sehr hübschen Wettereffekten aber auch mit drastischen Auswirkungen gerade Regen weil du sagst ich kenne es aber nur aus einem YouTube wir gehen in den fliegenden Start voll mega getunt werden wir sie alle stehen lassen Supporter Liga wäre der Hammer Gran Turismo ich weiß nicht wie viele Jungs das von uns spielen die Gran Turismo Liga wird dann aber es fühlt sich schon besser an wird dann die FIFA Liga ablösen also sehr traurige Umfrageergebnisse bisher ist ja heute der letzte Abgabetermin für alle die noch in der Supporter Liga sind antwortet bitte dem Dominic also nur Playstation wie gesagt PC und Xbox ist soweit ja wir sind viel besser jetzt ist soweit am Laufen Playstation haben wir bisher aus allen vier Ligen zusammen oh fuck nein holy moly okay was war denn das? schaffen wir es trotzdem noch? oder gleich neu starten Päddy 8 Euro für ein Rollo? Abstimmung? ähm ne naja zur neuen Saison wer noch mitspielen will hatte ähm Dominic der Liga Leiter Dominic hatte jeden angeschrieben mit der Bitte um Antwort bis 4. März wir haben jetzt wir haben jetzt 31 Zusagen 24 Absagen und noch 8 ohne Rückmeldung nur 2 Neuzugänge auf der Warteliste ich sag mal von denen noch ohne da rechne ich eigentlich dass so 4,5 eigentlich es nur verdröselt haben und bestimmt eigentlich mitmachen aber wir werden so 33 also wir werden so auf maximal 38 Teilnehmer nur noch kommen warum habe ich den so verkackt da? und schon wieder ey schaffe ich ihn nicht mehr hast keine bekommen warst du denn jetzt noch aktiv in der in der dritten Saison? ja ist halt echt schwierig also kannst du so über den Daumen sagen 50% der Mitspieler scheiden aus entweder keine Lust mehr auf FIFA oder es hat es ausgelaufen oder keinen Bock mehr auf irgendwas keine Ahnung oder halt auch die Leute die eben ihre Spiele nicht gemacht haben haben wir ja rechtzeitig angekündigt wer da nicht die 50% mindestens schafft macht ja dann keinen Sinn müssen wir halt gucken jetzt wie wir das neu ausrichten ähm also 4 liegen wird es natürlich bei 38 Leuten nicht mehr geben scheiße ich komme nicht vorbei das gibt es doch nicht jetzt crashe ich da einfach rein oder es gibt doch kein Schadensmodell wir nutzen ihn einfach als Bande denkt er sich auch scheiße jetzt gibt es nicht ja gut aber es wäre ohne den Fahrfehler machbar gewesen aber wenn ich jetzt hier schon so rummube wie soll das dann werden ja ohne Fahrfehler hätten wir ohne den was sind die Weichen rein ich habe aber Medium ich habe Medium jetzt kriegen wir gar keine Kohle oder nicht mal Trostgeld Preis nichts ne guck nur drauf doch Preisgeld 17.850 na gut dann ist es ja guck mal dann lohnt sich es ja doch fast für Platz 6 noch 17.000 Coins so fährt Tom auch mit seinem Smart durch Berlin ne der fährt schneller Berlin ey der kommt mir so langsam vor aber die müssen halt ja irgendwie ähm sich die Luft nach oben lassen wenn du denn die fetten Autos irgendwann am Start hast du meinst harte Reifen aber mit Hart ah nee mit Weich kann man aber mit Hart kann ich bestimmt noch schlechter ist doch noch schlechter zu lenken dann stelle ich mich doch noch dummer an glaube ich nicht dass mir das hilft wir gucken mal was der Onkel im Tuning Shop zu sagt wenn er mit Hart nicht Top 3 Holz bezahle ich Münzen ne fahre ich einfach in die Bande ha 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 hattest du meinen Straftettel das ist natürlich eine FH ein Paddy äh ja nicht nur einen Sportreifen mit hoher Bodenhaftung und Steifigkeit wieso steht denn da hoher hohe Bodenhaftung stand doch bei weich guck mal bei weich steht hoher Bodenhaftung und Steifigkeit weiche Reifen bieten weiche Reifen bieten mehr Bodenhaftung harte Reifen sind robuster und mittlere bieten eine gute Balance zwischen Haftung und Haltbarkeit ja gut aber was nützt mir jetzt die Haltbarkeit bei einem 2 Runden Rennen meinst du es soll ein Vorteil sein hm so und wo rüste ich die jetzt aus Frank grüße ich ich zocke Grid Legends viel Spaß weiche braucht man bei mehr Leistung na aber warte mal jetzt bin ich mal gespannt wo können wir die hier noch ändern Fahrzeugeinstellung ah ja ok wir können hier wählen gut Komfort hat Sport hart hier hat er sich gemerkt im Vorder und hinten Sport hart dann bin ich ja gespannt ey ja gut aber jetzt mache ich den Fahrfehler nicht wie eben dann sagst du oh es lag an den harten Reifen ich habe es dir gesagt aber wir müssten es ja schaffen sonst kommen wir ja nicht weiter boah sind die hart Spaß Ideallinie aber Ideallinie ist halt dann schwer zu überholen was halt schon schade ist sollte es Windschatten geben guck mal was macht ihr denn ey dass es irgendwie einem nicht angezeigt wird KI ist ja auch immer so eine Sache die soll recht gut sein aber auch Fehler machen jetzt habe ich ja einfach guck mal da hatten wir ja diesen vollen Dreher vorhin ja viel besser paar an die sollen sich aber auch teilweise gegenseitig so ein bisschen Trollen Trollen und auch mal ne oder das macht er doch mit Absicht das ist doch nicht zu fassen Rodriguez Ideallinie ich komme nicht auf die Ideallinie weil die ja immer rumgurken aber du meinst es gibt Windschatten so jetzt kommt es drauf an richtiger Bremspunkt zu viel hier bremst würde ich sagen und zack ja 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 zieh wo ist er da haha mühsam jetzt ein Fehler und alles ist kacki sieht wahrscheinlich total einfach aus wenn man so zuguckt aber ist es gar nicht wie sollen das nachher ist mit diesen ganzen Corvettes die überhaupt keine keine Straßenlage haben da war ich halt irgendwann immer raus wenn es dann mit Driften anfing und so den Zweier kriegen wir nicht geschweige denn den ersten Ideallinie ist ganz gut jetzt hätte ich anräumen müssen oh die kommen schon wieder näher ja ich fahr halt auch jetzt besser also so der grobe Dreher war ja nicht da und ich hab hier hast du halt ein bisschen mehr Chance Ideallinie zu fahren aber siehst du ja ich fahr Vollgas ich komme einfach nicht ran wie soll es denn hier erster werden kurve war beste bisher der ist auch schon wieder dran ich weiß noch nicht Luder ähm naja den Holz nach nee ah nichts zu machen keine Chance später war es länger schon ja stimmt bei GT Sport war es so dass du auf die Markierung fürs Bremsen nicht achten darfst also ich hab auch fast nie gebremst an den Spots wenn die das anzeigen du kommst relativ gut also wenn du einmal kurz Bremse antippst reicht meistens um den neu so auszujustieren nach der Kurve oder in der Kurve oh das wird anstrengend so aber wir haben einen Pokal und ich glaube wenn du einen Pokal also wenn du mindestens dritter warst dann hast du Progress oder? die die später werden weniger driften Heike dank fürs Teilen Marcel dank fürs Follow Bonus Fehlerfreies Rennen guck mal 124.000 schon da kann man ja schon bald aber nützt ja nix wir brauchen ja für die kleineren Rennen auch die kleineren Autos so ich bin gespannt was jetzt muss er uns irgendein neues rangeben wir hätten noch 20 Leistungspunkte aber da war ja nix zum kaufen da blinkt irgendwas ne Asien ist was zugekommen oder? 2? ne das war da oben das war der das war der High Speed Ring äh ach der hat auch 550 ok jetzt wird es schwierig jetzt müssen wir wahrscheinlich ein neues Auto kaufen wir könnten hier tatsächlich mitfahren aber ich glaube wir wären chancenlos 550 LP oder weniger ja und wir sagen 330 du weißt nicht wie gerne ich gerade mit dir spielen möchte mit mir? Philipp achso du meinst mit mir Gran Turismo klang verkehrt ne war Spaß das ist gut ähm ja jetzt nimmt mich das Spiel gerade nicht an die Hand also er sagt mir nicht du musst jetzt ein neues Auto kaufen da muss ich echt von selbst drauf kommen oder ist der Onkel da mit dem Fragezeichen den Toyota Tune Frank aber dann kann ich achso den Toyota da kriegen wir den auf 550 also wir gehen mal in die Garage hier auf dem Foto da war so ein schöner BMW zu sehen wo schalte ich meine Wagen durch Autosammlung aber hier sehe ich nicht die Daten so auf einen Blick ähm Fiat 500 das war der Aqua ne? Toyota Aqua der ist auf 350 auf 350 330 den Honda den Touring 310 also kann man die nach LP ach nach Kategorie kann man sie sortieren sonstige ok ähm das hilft nur nicht weiter B ja jetzt wonach suche ich jetzt am schlauesten hm hm ah die Ansicht ist gut die ist gut genau hier sehen wir die LP gleich sehr schön das haben wir gesucht und zwar einfach unter nicht auf Autosammlung rechts unten sondern hier auf Fahrzeug wechseln gehen da sehen wir das wir Maximum ist der Aqua mit 350 und ich glaube nicht dass wir den auf 200 hoch bekommen Tuning Teile Willkommen bei Tuning Teile Sonderteile die das Geschenk erhalten haben werden hier separat für jedes Auto aufbewahrt sie haben keine Teile ihr Fahrzeug ist kompatibel ich glaube wir müssen kaufen weil der Kontostand spricht stark nach Kauf ein Mimimi ein achso ich habe gelesen ein Mimimi ein Mini Herz wir gehen mal zum Gebrauchtwagen warum kann ich auch nur Gebrauchte eigentlich kaufen ist hier noch was neu ne da unten aber sind noch mindestens rechts 1 2 3 4 5 6 Gebäude sind noch da die noch kommen ich weiß gar nicht was da alles noch kommen soll aber wir gehen mal zum Gebrauchtwagenhändler guck mal was es für 125 gäbe und wir brauchen Leistungspunkte 550 der Mini Cooper eingeschränkt liefer oh oh Porsche ey aber Porsche ist doch immer die liegen auch irgendwie kacke auf der Straße oder oder die war eine Nummer kleiner gibt es nicht den BMW 3,0 der ist natürlich auch Kult 200k uh was ist denn hier für ein Schnäppchen Mini Cooper S05 eingeschränkt lieferbar einen 419er für 24k und Marcel Monpi Marcel grüß dich good drive über die Menükarten des Cafés könnt ihr ganz einfach gratis Autos freispielen sehr empfehlen jedenfalls kostenlos ein Roulette Ticket das habe ich schon drei Roulette Tickets habe ich schon ich habe immer nur Münzen bekommen und zweimal Kaffeesammelkarten habe ich auch schon voll dafür gab es dann den VW Käfer glaube ich oder irgendwie so also für 120 kriegen wir jetzt nicht wirklich was oder auf keine Art du brauchst das Geld später ja Hybrid Tanken also ich kriege auch gar nichts was mich jetzt vom Hocker haut ein Renault R5 Turbo 154 ja geht es noch also haben wir gecheckt heißt wir müssen im Prinzip ne guck mal den Chirocco gibt es für 40k das muss unser sein guck mal der hat 498 LP nee Frank genau der Chirocco das ist er Straßenwagen fast 500 Nissan 511 ich habe noch echt kein Auge dafür hier Fairlady nee doch stimmt 511 39 der hat auch noch nicht so viel runter der hat erst 7,6 runter und der sieht natürlich auch schon irgendwie cooler aus eigentlich ne Saugmotor Straßenwagen 511 den können wir dann nicht mehr viel tunen ne der ist dann schnell drüber Fairlady den Chirocco unten noch ein bisschen tunen Mike oder guck mal der sieht aber auch schick aus oder Supra oder Chili nee haben wir nicht gesehen der 137 das ist schon schick gemacht ne fügt überall darauf gibt es einen einen Milchkater von Katjes weil immer fragt Tom was isst du ich darf nicht schmatzen sehr viel höhere Kurvengeschwindigkeit ein schnittiges wendiges Profil aber sie können sicher sein dass das seine Stabilität nicht im Nist weil Stabilität ist mir wichtig also wenn die in der Kurve rumeiern und so mit driften und so die die erste Wagen mit Heckantrieb sein sind die in sicheren und schnellen ich glaub den nehmen wir der sieht einfach schick aus was kann ich die eigentlich auch umfärben nimm den Nisar sonst kannst du nicht bei Japan mit fahren stimmt da gibt es ja auch noch immer sowas so ne Beschränkungen gibt es ja auch immer noch da plappt das Bild von Andi auf Andi der eigentliche Autoverkäufer ein Audi TT gibt es bestimmt Ben wir kaufen jetzt den Nissan hui gibt es ein Trophäe erstes Auto gekauft nö cool Sammlerstufe achso das geht jedes Mal hoch wenn ihr Autos geschenkt bekommen kauft oder wie auch immer erhaltet ihr neues Fahrzeug wurde zur Garage hin zu diesem Fahrzeug wechseln jup so ein Auto hier um bekommst du jetzt hat das Spiel angeliefert will ich das Audi TT ich weiß nicht wir kommen aber noch nicht zu diesen Händlern wir können du könntest nur übers Archiv suchen aber die sind halt da noch nicht werden die da noch nicht angezeigt ähm so jetzt könnten wir ihn noch ein bisschen tunen vielleicht geht hier Auto Auto anpassen wählen sie malen aus ok aber Silber ist eigentlich schon ganz ok gehen sie zu Gran Turismo Auto und gehen sie zu Auto anpassen ähm wir machen erstmal so ein bisschen wir dürfen bis 5,50 gehen ne ich kann kann ich eigentlich auch wenn ich mal was eingebaut habe ich krieg das nicht mehr raus ne wenn man sich jetzt hier verklickt und über 550 kommt dann hast du die Arschkarte Tim Moin Ben ok danke überlege auch GT7 zu kaufen bin in Quarantäne und brauche ein bisschen Beschäftigung dafür ist bestimmt perfekt doch kriegt man doch raus aber wie mehr erfahren und dann kommt wieder nur Rupert quatscht mich voll bei Fahrzeug ein ach stimmt da wo wir vorhin die Reifen gewechselt haben so 5,20 Straßenaufhängung Stabilität sehr geil 5,30 ähm der hat automatisch die harten Reifen wollen wir mit 5,30 einfach mal ins Rennen gehen dann haben wir noch ein bisschen Puffer und ich habe noch eine Ausrede dass ich sagen kann hey es lag an den 20 LP ähm so wo mussten wir hin war das Asien genau Clubman Asien 550 ich glaube irgendwann wird es nachher unübersichtlich dann die richtigen Rennen zu finden 3 Runden jetzt schon Stress was was heißen die Peperonis ist der Härtegrad oder der Schärfegrad ah Reifen sind zugelassen Starterfeld Rundenanzahl professionelle Getune 550 oder weniger wir haben 5,30 Fahrzeugeinstellungen da könnten wir es tatsächlich ändern kannst du auch speichern detaillierte Einstellungen uff ok alter Schwede also ist schon komplex und hier kann ich die Sachen dann wieder Luftfilter hier kann ich ihn wieder rausnehmen Eidewitzka also ist schon eine Menge ne ich schaffe von den Grid Girls ich kenne nur die Golden Girls das ist das gleiche äh teilnehmen Klappmann Klappmann Plus High Speed Ring High Speed Ring ist ein Ring klingt so ne drei Runden und oh die haben alle viel schickere Autos ein AMG einfach Golf GTI wir werden chancenlos sein mit unserem Nissan oh man mein Fahrwerk zu spät ich stehe schon Fehlstart wie das gab es doch bis eben noch nicht Fehlstarts werden bestraft bleiben sie bis zum Rennstart mit dem Fuß auf der Bremse das ist neu eben konntest du schon Alter was für ein schlechter Start und die fahren wir alle da das rubbelt permanent ne guck mal ich glaube ich bin hier verkehrt oh das diese DualSense Vibration Unterstützung ist halt auch krass ne oh guck mal hinten sind die Enten fett Nissan zieht dann einen vorbei ähm muss ja auch erstmal ein Gefühl für den Wagen kriegen also er liegt da aber in der Kurve echt ganz gut äh Perspektive mal ändern brauche mich nicht auf jeden Fall rumbelt ständig ich denke immer mir fährt einer hinten rein aber das sind die 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 ja ey ich bin mal oh jetzt Tunnel ne jetzt Perspektive wechseln vielleicht nicht so gut aber auf R1 sieht ein bisschen entspannter aus ne nicht so beklemmend wenn man das ausblendet aber ist natürlich nichts für Freaks schöne Lichtreflektionen hier Sonne scheint Grafik ist stabil ne das war Topspeed vorhin 255 achso 210 Tatsache wir sind schnell unterwegs und sind immerhin Platz 6 aber Nico ist schon tausend Kilometer gefahren Marcel Marcel nicht so gut gute Besserung danke fürs Reinschauen 240 hier ist alles rot das sieht eigentlich ein bisschen hässlich aus ne so viel rot auf der Strecke ähm hätte man so ein bisschen vielleicht mehr sich an Formel 1 orientieren können vor allen Dingen man muss nicht bremsen oder liegt das daran dass ich so ne Hilfe bei hab das kann halt auch sein also Kamera ja auch gut wir gehen mal in die Alter was das Pad hier rumrumpelt ist nicht mehr normal denkst du das permanent ein Steinschlag finde ich halt so zum Gucken am schönsten ne aber ist wahrscheinlich für Puristen eine No-Go Ideallinie achso ganz vergessen ah wir sind weit abgeschlagen letzte Runde schon glaube nicht dass wir da nochmal rankommen wir konzentrieren uns auf die Ideallinie aber aber andererseits ist es natürlich auch jetzt nicht gerade unrealistisch man kommt ja sonst auch nicht so irgendwie auf grader Strecke an die anderen ran ich meine bei Formel 1 klappt das ja auch nicht aber ich komme jetzt auch nicht mal in Windschatten irgendwie ich bin einfach schlecht oder sollte ich dieses Auto bremsen mal ausstellen vielleicht müssen wir uns danach mal die Fahrhilfen angucken ich habe das Gefühl der bremst immer viel zu stark weil eben habe ich nichts gemacht ich habe nicht gebremst und die donnern mir alle hinten rein und was ist da nicht in Ordnung ich habe einfach die Standardeinstellungen da übernommen ja was ist das Petri rumackert steht der schöne Menü draußen seine Kilometer ja da hast du schon 1000 ich weiß nicht ich glaube 60 oder was wir da gerade haben zu Baza wie spielt sich das Game morgen hoffen auf einen Heimsieg ja ich bin seit langem mal wieder im Stadion morgen ja spielt sich gut Autobremsen wenn er schaltet das sofort aus ja das habe ich glaube ich drin ich habe schon irgendwie lange die Strecken anfangen bei Sport für den Neumann und Regenhof das macht die Autobremse aus ja das ist der Fehler das habe ich eben gemerkt ich habe in der Kurve gar nicht gebremst und die donnern mir alle hinten rein wahrscheinlich werde ich jetzt aus jeder Kurve fliegen so gut wir gehen mal ins Menü gucken wo wir das finden Aktionskontrolle vielleicht auch ein bisschen runterschrauben kann ich da echt ausbremsen falls das hier geht ich frage mich immer noch wo die Multiplayerinnen versteckt sind Markus grüßt sich sieht schon nice aus ne also das sieht jetzt schon schick aus doch kann man sagen doch hat schon was und im Stream ist es halt nicht 4k müsste auch noch dran denken hab das Game schon so hart erwartet dass ich mir einen Wecker für 12 gestellt habe und schon ein paar paar Stunden spielt ich musste auf die Post warten weil ich ja immer die Regalversion gerne habe ja sieht schon lecker aus doch hier da sieht es immer noch ein bisschen besser aus hier habe ich doch auch HDR an naja ja geiles Game Markus sieht aus wie real sieht echt schnicker aus denkst du es läuft ein Film ne oh weia jetzt müssen wir die Brems jetzt kommt es raus wir müssen die Bremshilfe ausstecken scheiße hm kann ich mich stimmelang angucken vor allen Dingen das bin ich da der Silberne haben die denn in Japan echt Linksverkehr? hier gibt kein Rennen total irre hm der Sound auch ich weiß noch damals ich war in irgendeinem Urlaub und ich hatte die keine Ahnung welche Zeitschrift ob Game Pro oder Powerplay oder wie die damals alle hießen ich nehme ja immer einen Stapel mit ich sammle schon vor dem Urlaub immer die Videogames Zeitschriften aller Art da kaufe ich dann auch mal so Computerbild Spiele und so einfach nur um für Wochen Vorrat zu haben am Pool schön Videogames Zeitschriften blättern gibt nichts besseres und dann irgendwie nach einem Pool Sonnen Water Polo Beach Volleyball Strand Tag irgendwann mit dem Rucksack dem Handtuch und den Videogames Zeitschriften zurück aufs Zimmer schnürfen schön duschen und dann zum All You Can Eat Buffet abends und dann irgendwie träumen weil man dann endlich wieder zu Hause an der Konsole sitzt Klicker Sonderheft stimmt und da weiß ich noch dass Gran Turismo Teil 1 da war ich echt im Urlaub und habe gesagt ey Alter wenn du nach Hause kommst dann nur noch eine Woche warten ey aufgesaugt und wenn du jetzt so es gibt ja noch Videos Gran Turismo 1 wenn du jetzt die Gravi guckst das ist schon schon krass Powerplay Urlaubs siehste? Powerplay hieß die doch und da habe ich gesehen dass die in Japan eine Sache da so mit Richtmikrofonen wirklich die Original Sounds aufgenommen haben bei Gran Turismo so wir gehen mal raus aus dem Schnicken Replay weil wir müssen jetzt in die Optionen und suchen wo wir die Fahrhilfen ändern weil da liegt es einfach nur und zwar gehen wir mal in ist es hier in den Optionen Anzeige? ne das sind glaube ich mehr die technischen Sachen Gibt übrigens eine schicke Seite hier kommt ihr auch direkt zu den Trophäen mega Statistiken tägliches Training fehlerfreie Rennen und 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 so Meilensteine gibt es hier Galerie Freunde guck mal hey vier Leute sind hier schon am daddeln Mike ist da Chris ist da Sascha und Manu gut aber das suchen wir ja nicht wir suchen jetzt die Spieloption wo finde ich die hm weißt doch bestimmt auf Rennschwierigkeit würde ich vermuten auf Rennschwierigkeit wo ich gerade war scheiße jetzt bin ich schon wieder eine halbe Stunde vorwärts Rennschwierigkeit du meinst im Rennen selber? Kann natürlich sein würde ja auch Sinn machen dass man Benutzerin ne eine Schwierigkeit Drift Rennen Zeit Rennen Strecken Erfahrung Arcade Fahrzeug wechseln Fahrzeug Einstellungen ne da kann ich dazu auch nur das Fahrzeug ändern ne das kam irgendwann am Anfang beim Installieren irgendwann kam in ziemlich zum Start die Frage welche welche Hilfen das muss doch irgendwo im Menü sein Ah Optionen Ach da oben rechts da da die Reiter habe ich gar nicht gesehen lol ich war nur auf allgemein Controller Vibrationen ja das ist auch echt ein bisschen heftig Gaspedal S1 stark 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 da muss man vielleicht auch noch nachjustieren es ist schon ein bisschen ähm zu viel des Guten fast Ok Kontrolle Einstellungen Ich finde halt die Ansicht ändern auf R1 doof weil du vom Gas gehen musst ähm mir fällt jetzt spontan kein besserer Handbremse Rückwärtsgang Ah Runterschalten hochschalten ich werde nie manuell schalten aber da könnte ich eigentlich irgendwann das mal da hinpacken Ok hier sind wir schon mal jedenfalls gut Profil Titel Gruß soziale Links können wir hier unseren Twitch Link eingeben Guck mal witzig da kommt gerade der Bot Social Media verknüpfen nein nur Twitter und Instagram so ein Quatsch über dieses Spiel Geistiges Eigentum hmm Lautstärke Anzeige Einheiten Benachrichtigung Netzwerk Grenzschwierigkeit das meinst du Frank aber das stellt nur die KI ein ich kann nur zwischen einfach normal und schwierig also die KI ist hier auf normal Preisgeld für Rennen ist nicht betroffen ach und das das waren die Paperonis hier die ja gut das ähm Texteinstellungen ich find's nicht Anzeigeeinstellungen ne wo ist ein Philipp hin ey wir brauchen dich ich find das nicht online 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 handbuch hm hm ne komm komm das kann's ja nicht so schwer nicht sein Meilenstein Galerie ne das hat damit auch nichts zu tun Beyond the Apex Credits Credits bin voll fit heute obwohl ich ein neun Bier seit zwölf Uhr getrunge ja wie du trinkst tagsüber Alkohol Markus bin entsetzt ja genau mit abnehmen und weniger Alkohol sowas hab ich da auch mal mit ich fahr jetzt vor Frust einfach im Lizenzcenter weiter Bremmer wird offizieller Partner für Bremssysteme die können doch nicht wahr sein vielleicht bei den Fahrzeugen in der Garage oder im Café Fahrzeugwechsel und Fahrzeugeinstellungen können die Einstellungen des Autos die Einstellungen ändern und Maß auswählen können sie die Leistungsänderungen links im Fenster sehen kann man speichern bla 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 boah aber hier kann ich doch ne aber das sieht hier nicht aus als würde ich hier kannst du echt nur das Autosetup anpassen Setups speichern und 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 aber hier kann ich nicht die Hilfen einstellen es kann doch nicht wahr sein aber wir haben neues Auto so bin seit einer Woche rückfällig aber ja so Tuning Geschenke ist sowas hier ist es auch nicht ich google jetzt ist mir jetzt zu doof also Rantourismo 7 Fahrhilfen einstellen Fahroption Online Handbuch Rantourismo SGT Sport Tipps und Tricks für Einsteiger Steuerung und Fahrtechniken Rantourismo Einstellungen verhelfen ändern blabliblub ah das ist wieder dieses Adblocker 07 Bremshilfe ausschalten weiter Online Handbuch Rantourismo 5 Rantourismo Sport Kinder dafür zeigt dann nichts ein Tipps und Tricks für Einsteiger das offizielle Buch ich finde nix so, was spielen wir jetzt? Lieblings-Auto außer Smart? oh, Kadia ich weiß nicht, früher bin ich immer also, ein Z3 fand ich früher immer cool, 15-Geschaft bis jetzt, ab morgen gehen wir weiter im Games-Setup, alternativ im Rennen auf Pause gehen und Einstellung ah, Kango im Games-Setup aber wie komme ich da hin zum Games-Setup jetzt sind wir im absoluten Hauptmenü da kommen wir auf die Homepage das ist alles hier aus dem Netz Online-Handbuch Neuigkeiten, das ist der Weltkarte, Musik, Rally das ist halt doof wie komme ich denn da hin? konntest sonst immer in diesem Rennmenü unter irgendwelche Einstellungen sein sozusagen, wenn du die noch im Menü bist aber man muss es irgendwie für dauerhaft auch einstellen können, ne? Game-Setup GT-Menü-Optionen ist für mich so das naheliegendste aber ich find's da halt nicht bei Controller vielleicht ne, da kannst du halt nur Tastensteuerung für Rennen da sind ja keine Hilfen Profil auch nicht das ist schon ein bisschen komisch Demo-Anzeige Sound Rennschwierigkeit war wie gesagt nur das von Leland als erster im Freundeskreis damit die Freisprecheinrichtung die Z3 war eine geile Zeit der sah das war also ich war in diesem James-Bond-Film als damals der Erste der seinen Z3 fuhr und dann ergab sich das irgendwann Kumpel hatte war Vertriebsleiter bei BMW und dann Per Leasing und so das war eine geile Zeit heute würde ich da glaube ich nicht mehr rauskommen aus der Nussschale ja jetzt gebe ich uns nicht mehr aus genau ja ja ich habe dann irgendwann überlegt kannst du damit noch zum Kunden fahren ab wann wird es lächerlich ja Mensch er meint im Rennmenü wir können ja nochmal gucken starten wir mal ein Rennen oder vielleicht im Lizenzcenter warte mal da waren wir noch gar nicht ich gehe mal ins Lizenzcenter da können wir gar nichts einstellen nee also dann nochmal unter Rennen gucken ein Kaffee war noch eine Option ne also Highspeed ring starten wir das noch mal hier kann ich nur Fahrzeug einstellen ich kann auf Teilnehmen gehen und dann hast du gesagt start drücken dann nochmal gucken aber das kann es ja nicht sein jetzt komme ich rein ah bevor ich nochmal start da Einstellung Fahrhilfe Einstellung oh Gott wir haben es ABS Standard Autopilot Bremsen aus komplett das ist es oder Idealienhilfe alle Bremsanzeige ein Bremsbereich ein ah hier kann man auch nochmal verändern Bremsbereich und Bremsanzeige wo ist noch der Unterschied Bremsbereich ist sicher dieses rot gestrichelte ne das sieht halt schon finde ich ein bisschen hässlich aus aber wird man wahrscheinlich später brauchen ihr meint jetzt echt die Bremsen aus ich fliege nur von der Strecke wahrscheinlich Lizenzen sind auch ziemlich wichtig früher war es so dass du die Lizenzen erfahren musstest ja ja ich denke mal auch dass das noch kommt ich wollte bloß ich denke das ist zum zugucken langweilig wahrscheinlich aber wir machen nachher vielleicht machen auch die ein oder andere weiter oder es ist halt auch nicht nur langweilig sondern für mich peinlich weil ich die dann nicht schaffe aber mal gucken das war so wenn du die konntest die Rennen dann erst fahren das wird hier auch so sein wenn du die Lizenzen dafür hast klar ich habe jetzt keine Bremshilfen mehr und trotzdem fahren die mir alle davon ich habe Vollgas oder ich starte einfach schlecht Bremsanzeige ist das Blinken im Bildschirm da sieht man durch die roten Streifen aber komm ah ok guck mal jetzt haben wir hier so einen schönen Move wie vorhin ich habe nur Schiss vor der ersten Bremsaktion ey ok ja aber guck mal trotzdem das war meine erste Kurve da sind wir doch gut durchgekommen ok ok man muss Tatsache den Bremsbereich wirklich beachten shit ja gut ist ganz anderes Spiel jetzt ohne Witz no joke weil so macht es jetzt ja viel mehr Fun aber müssen wir halt nochmal von vorne anfangen zu lernen also was jetzt wirklich im Bremsbereich bremsen ja ein bisschen Stottergas dann rein wenn man aus der Kurve rauskommt jetzt gefällt mir wo ist die Kamera gefällt mir jetzt so ganz gut muss ich gestehen äh ich fahre jetzt nicht im Windschatten bietet sich auch gerade nicht an irgendwie der Kollege neben mir lässt kein Meter da fährt ein Käfer einfach so jetzt habe ich nicht gebremst ich habe nicht gebremst gar nicht gebremst schiebt mich Hero mäßig auf Platz 3 jetzt sollten wir verbrechen es ist dunkelrot das war die gleiche wie vorhin ja ok also die muss man echt mehr ernst nehmen mich will jetzt nicht der Käfer überholen oder ne nicht drehen oh shit oh alles verkackt das war's das ist doch shit mal gucken jetzt ob es einen Gummiband Effekt gibt hier wie bei Mario Kart vielleicht kriegen wir einen Blitz oder so einen Powerpilz scheiße voll gedreht was mich nervt es rumpelt ständig so als wenn mir einer hinten reinfährt da muss man wahrscheinlich echt die Vibration ein bisschen runterfahren wir nehmen das mal als Übungsrennen können wir auch nochmal die Perspektiven durchgehen für alle Nachzügler und Lenkradfahrer oh jetzt drift drifte ich oder ja alter das war aber cool jetzt kommt die Kurve nämlich nochmal bremsen bremsen blingender knallrot und wieder Zwischengas gegeben schlecht gebremst ja aber es ist halt ja das was geil ist bei so Rennspielen dass ihr euch dann so wirklich Strecke für Strecke halt ein bisschen erarbeiten müssten das ist im Prinzip wie bei Formel 1 ja auch wieder überhaupt nicht gebremst nehm das noch nicht ich bin noch im Auto Modus Auto Brems Modus das war halt dumm das von Anfang an nicht auszuschalten aber sag mal so ohne Fehler viel besser sieht geil aus im Cockpit schon ne ein bisschen du hast auch noch diese Ansicht dann siehst du ein bisschen es ist nicht so eingeengt das Sichtfeld das sieht auch ich sag mal Ego Perspektive ganz gut aus dann hast du noch die Motorhaubenansicht 1,2 also vier Stück eigentlich ne Cockpit so so und außen also vier Perspektiven ist eigentlich wenig ne Daniel Grüße zwei Jahre Follower abzeichen jawoll roter Panzer wäre gut gewesen ja oder zehn blaue aber diese roten Streifen zum Bremsen würde ich extrem irritieren früher war die Anzeige dafür besser ja aber ich habe jetzt nur gefunden dass man sie ausstellen kann aber es sieht nicht hübsch aus ne das gefällt mir auch nicht ehrlich gesagt also dann besser so einfach wie ist es bei Formel 1 oder so hast du doch nur so eine rote genau da verfärbt sich die Ideallinie das ist eigentlich besser jetzt hätten sie irgendwie anders klauen sollen next level nach dem trotz Tranktionskontrolle okay da bin ich glaube ich raus gibt es ein Rennen später ich weiß nicht wie wir da hinkommen sieht richtig gut aus ich glaube ich brauche wieder mal ein cooles Rennspiel macht Bock ne sieht echt nicht gut aus mit den roten Streifen kann man die roten Zonen beeinflussen reparieren glaube ich nicht bin weg für heute Markus schlaf gut kein Bier mehr wir gucken noch mal was die Red Zones angeht also so ganz glücklich bin ich damit auch nicht erneut versuchen Einstellungen so Fahrhilfe Anzeigeeinstellungen Anzeigeeinstellungen Renninfos alles Fahrerliste Anzeigen Fahrzeug da überlege ich auch brauchen wir die Autos eigentlich nicht ich will mal aus weil das steht auch so ein bisschen Fahrnamen Anzeige bei Online Rennen Spitznamen okay Geistanzeige brauchen wir jetzt nicht in dem Fall rein Info alles anzeigen so und Fahrhilfe Automatik ja Traktionskontrolle ist jetzt Medium auf 5 nee ist maximal 5 das lasse ich mal schön so ABS Standard Autopilot ist aus Ideallinienhilfe alle so da können wir Kurvenmarkierung Ideallinie oder alle was sind denn jetzt Kurvenmarkierungen so muss leider Dompi Rennjau und danke fürs zugucken bekommst du Multiplayer durch Lizenzen kann sein ne komm du fährst immer noch mit dem Straßenfahrwerk ist falsch ist falsch um den Multiplayer Philips wieder und Sportmodellen zu bekommen müsst ihr euch zunächst einmal durch die Menüs arbeiten die ihr im Café bekommt Menüs sind Aufgaben wie sammle 3VW das Café Versorgt euch nach und nach mit Aufgaben über die ihr weitere Autos gewinnt Credits verdient oder Punkte auf der Karte freischaltet so auch den Multiplayer Modus der nach Abschluss folgendes Menüs aktiviert wird Menü Nummer 9 Meisterschaft auf dem Tokyo Highway sind wir nicht da irgendwo habt ihr die dazugehörigen Rennen absolviert müsst ihr zunächst ins Café zurück eure Belohnung anschließen öffnet sich dann sowohl der Multiplayer als auch der Sportbereich auf der Weltkarte Ah Philipp Dankeschön Also Menü 9 also Café wir müssen Café abfarmen Ah ja Micha grüß dich die fahren in den Kurven um zu sehen wie du anfahren sollst das an ja gut Eialinie brauche ich auch Bremsanzeige Bremsbereich Bremsbereich geht nur an oder aus leider also wenn ich den ausmache ist das halt schon kacke ne schade da wir halt noch so inzwischen so medium dass man die nicht so fett hat wie ein Zebrastreifen gefällt mir halt nicht ganz so da war jemand wohl Spielentwickler ne ich glaube eher Gran Tourismus sucht die ähm jetzt haben wir nix verändert ne doch wir haben die Namen ausgestellt aber sonst haben wir glaube ich hier nix verändert Bremsbereich aus nein der muss an sein Bremsanzeige wie gesagt gegenlenkhilfe stark ja einfach besser fahren besser bremsen äh ist das der Tokio wie soll der heißen Tokio Highway war das nicht oder Japan High Speed Ring den haben wir noch nicht und die anderen roten Punkte können wir noch nicht anwählen gehen noch mal ins Café der hat aber keine Quest glaube ich Café ist leer obwohl er hat einen Pfeil Luca hat einen Pfeil er zeigt mir aber nur die schon gesammelten Kleinwagen Klassiker an oder kommt jetzt das doch da kommt ah jetzt erzählt er auf einmal weiter dies sind eine der berühmtesten Autos überhaupt eine wirklich wunderbare Sammlung die ersten Automobile der Welt wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts produziert aber erst im 20. Jahrhundert wurde die Massenproduktion zur Normalität diese Umstellung bedeutete dass Autos für alle produziert wurden der Käfer ich möchte keinen Käfer also bei manchen ist es schade dass man die gar nicht wirklich lange fährt Käfer sind wir jetzt noch gar nicht selber gefahren ich hatte selber nie einen Bernd hast du mal einen Käfer have an excellent Abend Micha dankeschön ich spiele gerade mit die Playoffs und dir neben entspannt zuschauen so muss das sein Stimme genießen runterkommen Playoffs mit links machen so der hat jetzt fertig gebrabbelt ah Menü Nummer 4 und hier Menü das habe ich jetzt vorhin haben wir einfach übersehen dass der noch was zu erzählen hatte Menü Buch Nummer 4 Meisterschaft Renntag auf dem High Speed Ring und jetzt gehen wir hier seht ihr die Sammlung Menü Buch 1 2 wo ist das zweite Menü Buch 1 das waren die ersten drei Menü Buch 3 wo ist das zweite das vielleicht das ist das wir uns fehlten Buch scheiße ok wir gehen hier und was sollen wir machen Renntag auf dem High Speed Ring landen sie in den Top 3 Renntag auf dem High Speed Ring ist jetzt in Weltstrecken verfügbar also melden sie sich an das ist nicht der in Japan oder High Speed Ring viel Glück ich werde sie anfeuern brauchst nicht alle oh wie schön die Ladezeiten sind halt einfach nicht vorhanden oder SSD ist schon hammer wow guck wie schön wow ok Grafik ist doch mehr als in Ordnung Menübuch Nummer 4 Meisterschaft Renntag auf dem High Speed Ring jetzt müssen wir mal gucken ob wir dafür das passende Auto haben so jetzt haben wir da nämlich wieder unser gelbes Symbol da haben wir einfach mal ihn übersehen Meisterschaften bestehen aus zwei oder mehr Rennen aha stimmt entsinne mich die finale Platzierung wird anhand der insgesamt für ihre Leistung in jedem Rennen verdienten Punkte ermittelt sie können ihr Auto während einer Meisterschaft nicht wechseln treffen sie ihre Wahl also sorgfältig vor Beginn wenn sie hoch genug abschneiden gewinnen sie vielleicht sogar ein neues Auto da unten ah guck mal hier haben wir die Weltstrecken und jetzt ist da unten der neue Button Meisterschaften High Speed Ring empfohlene LP400 empfohlene darf ich jetzt den Nissan nehmen Fahrzeugtück Straßenwagen haben wir denn 400 haben wir nicht wir haben das rocken wir mit unserem alten Aqua oder schade dass wir den Käfer nicht geboostet haben ist der Aqua eigentlich ach guck mal man sieht an dem rosa Geschenk Paket immer dass das ein Geschenk das war blauer Schlüssel ist gekauft empfohlene LP oder nehmen wir mehr LP nimm Nissan dann ist easy okay komisch dass er die nicht nach oben beschränkt wie bei den Weltrenntag geilo Nissan Tom hat er gemacht der Tom vielleicht musst du den Bremsbereich ausmachen hauptsache Bremsanzeige ist an kannst du mal probieren vielleicht ist dann so wie früher dass man kann ich es im laufenden Rennen umstellen weil sonst wäre es halt doof ich trau mich jetzt nicht ich lasse erst mal an wir können ja mal kurz Start drücken nachher im Rennen und mal gucken ob wir es während des Rennen ändern können was ein fliegender Start sieht so aus welche Perspektive nehmen wir denn jetzt haben wir die die ist ja ganz doof ich nehme mal die fühle ich mich immer ein bisschen sicherer wenn man nachher fühlt das ist jetzt aber zu easy oder null okay aber können wir halt gut testen jetzt könnte ich ja die Bremshilfe wieder einschalten das ist aber ist nicht ich gehe jetzt mal voll in die Eisen zu spät zu spät das ist die gleiche also man muss wirklich ab beginn so ziemlich ab beginn der markierung musst du in die Eisen gehen Tatsache jetzt nicht zu früh losgelassen siehst du treib dich raus ey das ist wirklich ich weiß gar nicht ob man die doch anlassen muss aber im prinzip hätten sie es bei ist auch bei formel 1 so oder war es bei forza also dass man einfach die die ideallinie verfärbt hätte jetzt weiß warum easy ja das ist aber jetzt voll boring hätte ich ja mit einem käfer fahren können aber gut zwei runden schaffen wir schnell niemanden mehr zu sehen da können wir zwischendurch mal an die box fahren gelben markierungen sind scheitelpunkt ich bin wirklich raus dumpy massiv kann ich auch ach so das wollten wir mal gucken stimmt also wir gehen auf einstellungen fahrhilfe einstellungen und machen mal den bremsbereich aus und lassen die bremsanzeige an und werden dann mal sehen was passiert wahrscheinlich hilflos da oben ist ja eine übersicht da hinten da da kommt die böse kurve so wo sind jetzt die brems mal ach da auf meinem nummernschild seht ihr da blinkt was da blinkt rot bremsen pass auf hier war ja auch das jetzt müsste es blinken siehst du da seht ihr auf dem nummernschild ähm ist halt eine gewöhnungssache aber sieht natürlich weniger nervig aus als mit diesen roten zebrastreifen aber du kannst dich nicht so auf die strecke konzentrieren ich muss halt immer so ein bisschen nach unten schmullen aufs nummernschild doch jetzt wird doch der Bereich da unten um den Tacho wird auch rot na jetzt ist es ja weiß also hell grau durchsichtig transparent wie auch immer und das wird erst rot und dann steht noch bremsen da also ich glaube man kann sich dran gewöhnen kommt auf jeden fall der optik zugute also diese zebrastreifen sind schon ein bisschen hässlich ich glaube dein fahrwerk muss runter übersteuert beim bremsen okay du hast vor einer kurve um mit dem auto bei 100 metern bremsen den weg zurück legen angels crest highway 6 trophäe um länge noch eine trophäe geil ich mag das spiel wir gehen stramm auf level 400 trophäe level 432 zu jungs wo steht ihr da so ein bisschen flexen mal oder wie warum blinke ich stimmt wir haben gar kein licht an hinten weil das kann gut das war jetzt aber echt zu einfach aber gut zum üben dieses bonus fehlerfreies fahren das sieht halt einfach super hässlich aus das ist bestimmt nicht so gewollt dass das da so mittendrin auf poppt 454 trophies ich meine ja level philipp level troffi level troffi level ich bin bei 6174 trophäen 82 platin und das macht dann in der summe level 431 6174 umgewurschtelt bin raus muss selber wieder ran danke für deine hilfe viel spaß die replays sind echt heftig anzuschauen so zum nächsten rennen meisterschaftsrennen nummer 2 level 463 wie mit 454 trophies ist jetzt hier regen es ist nass zumindest ne es tröpfelt ist egal mit dem auto wenn wir auch bei regen mit den falschen reifen erster aber geil wir haben jetzt mal endlich einen wetter effekt mal sehen wie die tröpfchen auf die scheibe perlen dafür müssen wir natürlich die perspektive zwingend wechseln sonst sehen wir nämlich nichts sieht aus momentan wie schneeflocken ähm ich gucke jetzt nur aufs wetter deswegen nicht wundern ähm also spontan gesagt habe ich die regeneffekte schon besser gesehen oder also es ist jetzt schon diese ich gucke jetzt speziell auf die tropfen auf der scheibe oder täusche ich mich jetzt hören sie auf ist gut gemacht oh nee jetzt gucke ich halt gar nicht aufs nummernschild gucke halt auf die regentropfen ich sappel da regen aufgehört scheiße liegt nie halb auf der straße das ist aber gut gemacht ne mit dem das ist schon echt ziemlich realistisch mit dem na wie heißt es hier das wasser gewusel vor der nase das ist schon geil bremslichter und schwer das sieht schon doch nice aus ach level 463 auf ok ja hier muss aufpassen oh 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 guck mal hinter dir auch siehst du auch nix oh bremsen in der perspektive ist es natürlich wieder besser weil es genau in der mitte auf poppt aber die gefällt mir persönlich jetzt nicht so wohl rich racer ist man auch immer so gefahren weiß ich noch rich racer war ja eigentlich der erste richtige racer auf der playstation 1 ne oh jetzt bin ich aber so fort in die eisen hat auch ein jahr was nicht klappt aber man muss halt komplett wieder hoch hier sieht man es echt besser mit dem bremsen aber ne gefällt mir nicht so die sieht halt auch ein bisschen langweilig aus bremsen unten alles rot man sieht die zone nicht so besonders ich will das nochmal umstellen ob ich mich nicht da doch machen mal die bremsanzeige aus und den bremsbereich ein mal gucken wir hatten ja eben immer beides an oh jetzt scheint die sonne also eben hat es noch geregnet wechselndes wetter während des laufenden rennens jetzt sah der so blass aus der bremsbereich eben oder blass rot oder war der nur so kurz letzte runde shit werden wir das nicht mehr erfahren okay Punkt 4 der meisterschaft abgehakt die sieht schon echt nice aus doch hat was Trophäen gibt es auch ganz gut blink schon wieder eine Trophäe ja wie geil ist das denn erste quer siehste mehr wie renntag auf dem highspeed ring jetzt müssen wir wieder ins café jetzt kriegen wir noch die nächste aufgabe bonus fehlerfreies rennen ne 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 das müsst ihr fixen das sieht einfach hässlich aus das darf da nicht aufpoppen renntag auf dem highspeed ring alle zwei rennen sie waren insgesamt nummer 1 15.000 bonus und ein geschenktes auto zwei geschenkte drei geschenkte nein vier nein wie ach ich darf mir noch eins aussuchen alter was ein belohnungssystem ist auch üppig oder was kriegen wir jetzt oder kriegen wir eins von den dreien ist ja wie hier ein player pick spc wir nehmen mal die goldene mitte tatsache wir dürfen nur eins aussuchen heißt was ist wenn wir das wenn wir das rennen sind natürlich das schlechteste was lp angeht aber optisch ist der okay jetzt müsste ich das rennen noch zweimal fahren um die geschenkten autos hier die anderen beiden noch zu kriegen frage kann ich gleiche auto zehnmal auch bescheuert eigentlich oder wie nein gibt es nur einmal oder kriegt es dann nicht mehr doppelt also das was ich schon habe kann ich dann nicht mehr ziehen musuki swift sport 17 in der garage das schmutz ziehen hast du gut gelernt oder aber zumindest sieht er hübsch aus kommen wieder die gleiche auswahl oh also kann ich den tatsächlich was passiert wenn ich den doppelt habe kann ich den dann wenigstens verkaufen kann ich den verkaufen oder guck mal hier war noch der regen der himmel mich an grüße wie der himmel aussieht komplett regen geil und jetzt gucken wir so lange das replay bis die sonne kommt ja da habe ich die scheinwerfer ausprobiert also die regen scheibenwerfer die regenwischer gibt ja viele autos so 400 bis 500 also ich brauche 500 für die trophäe ich glaube nicht dass ich ein gran turismo auf platin spielen werde immer noch ja wir haben viel getestet und so fahrzeugschäden schadensmodell gibt es natürlich wieder nicht zum bedauern vieler aber ihr wisst bei gran turismo die fahrzeughersteller sind da immer nicht so aufgeschlossen gegenüber schadensmodellen wer sieht schon sein lieblingsauto gerne zerklumpt immer noch regen aber ne regen nicht mehr nur noch nässe auf der fahrbahn und jetzt müsste eigentlich die sonne gleich durchkommen also wetterwechsel ist schon geil alles nur wegen marketing aber andererseits bei forsa hast du noch ein aber auch kein richtiges da muss man halt ragfest spielen oder so wie hießen die dinger immer wo man alles geschrottet hat so schön die habe ich ja auch immer gerne gespielt guck mal jetzt kommt die sonne ne noch nicht wie hießen die denn immer komm nicht drauf ach burn out genau burn out kannst du doch auch mal richtig geil rammen und schrotten aber da gab es gab es da markenautos paul grüße ne kein richtiges im bändeschaden hast du ins rennen autos immer noch keine sonne die kam doch aber guck mal die scheinwerfer ging jetzt richtig oder ging die nur aus ne stimmt der hat ja gar keine klappe bei burn out waren skopien deswegen was halt auch burn out hat schon immer bock gebracht so jetzt ist der regen da die fahrbahn ist fast wieder trocken die sonne kommt noch nicht richtig doch jetzt ist sie da guck mal also das ist schon nice gemacht aber siehst du hast stellen ja unten ein bisschen verbeult am kotflügel ist es und jetzt scheint auch die sonne also und die fahrbahn ist trocken ist das geil oder finde ich schon nice lichtreflexion ne schaut gut aus gefällt mir so hier noch am replay ergötzt 125 km habe ich erst äh verlassen wiederholung verlassen die autos tun ähm du musst dich erst durch das tutorial so durchspielen durch das menü über das café immer immer dahin gehen wo der gelbe punkt ist und dann öffnet sich irgendwann der tuning shop hast du den schon hammerspiel und quali ja ne hast du den schon freigeschaltet paul auf der weltkarte gucken wir hier unten da ist der tuning shop musst immer diesem gelben symbol im café folgen die aufgaben erledigen fahrwerk runter tom um dein handling zu verbessern echt naja noch ist es ja easy guck mal wenn wir jetzt mit dem auto fahren wir questen uns jetzt mal durch ich will zumindest mal die multiplayer rennen heute ne noch nicht ah ja gut dann musst du dich durchspielen durch dieses nenn es mal story modus in light herzlichen glückwunsch zu ihrem sieg beim renntag du schaltest dann nach und nach die punkte auf der weltkarte frei brand central hat geöffnet können sie serien modelle und rennwagen aus dem 21 jahrhundert kaufen schauen sie auf jeden fall vorbei sukuba circuit japan eine neue welt strecken rennstrecke ist vorhanden und suzuka circuit und brand central ah ein pavillon und alter so viel zu tun finde es hammer dass du nicht sofort online gehen kannst so haben die Entwickler was davon die spieler sehen die souveranität ja ist so sonst wie call of duty ey da lache ich immer wenn ich so sehe ich spiele mich durch die kampagne gucke wie ich die trophäen holen kann und dann siehst du immer hä nur so und so viel prozent haben die trophäe die leute immer an installieren zack sofort online online spielen sie alle aber die weil so schlecht sind ja die kampagnen gar nicht gemacht bei call of duty so sammlung japanische sportwagen menübuch wir haben einen neuen menüpunkt hier unten trophäen renntag okay sammlung und menübuch nr 5 ich frage mich trotzdem wo unser zweites buch abgeblieben ist honda chivik da kommt da honda integra und suzuki swift für dieses menü müssen sie japanische ff sportwagen sammeln heißt ein ff ach frontantrieb oder war nicht sowas nee irgend sowas ähnliches glaube ich na da steht es ja bei denen der motor vorne und die fronträder siehste war ich gar nicht verkehrt sammeln sie drei autos aus dem menü und kommen sie wieder wenn sie fertig sind brand center ist jetzt offen gehen wir mal hin ist praktisch der neuwagenhändler vermutlich abbaujahr 2001 oder später über 50 automarken aus usa asien und aber schau dir die ferraris an martin schön sie kennenzulernen ich bin martin ihr auto berater partner michelin bbs brembo so wir haben amerika europa asien hier haben wir die marken jetzt könnt ihr direkt wählen sehr geil und gucken ob es ein z3 gibt bestimmt wer nicht showroom kanal museum schauplätze wie showroom ah showroom ok boah boah der m3 mh auch lecker aus guck mal die können wir uns schon kaufen theoretisch 522 lp ein m3 der sieht auch nice aus ferrari gucken wir gleich mal der m4 coupé ist der z8 kein z3 gut da kommen schon die rennwagen sind gar nicht so viel wie nur ein mercedes äh 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 mashallah nicht kaufen ne ne ich guck nur nur gucken nichts einfassen wir gucken haben wir gerade freigeschaltet erst ferrari mit zu gucken oh die sind ja alle rot welchen meinst du f3 gt3 ach den hier mashallah so österreich baut auch autos wusste ich jetzt nicht ohne witz nur front ktm das ist hier hier gibt es videos ktmx ist das jetzt ein echt video oder ist das auch müssen wir gucken das ist hier hat nicht mehr autos freigehen am g sind mehr ah ok ok sind richtige filme naja für auto und motorsportfreaks ist es schon ein labsaal was du alles weißt, dann bist du ein richtiger Autofreak, ne? Na gut, soll reichen. AMG habt ihr gesagt. Ah, okay. Da sind noch ein paar. Stimmt. Ein Safety Car. Kein SLK. Uff. Eine Million. Nö, kaufen wir jetzt noch nicht. Gut. Haben wir Cookie gemacht. Brand Central heißt der Shop. Stop. Und jetzt haben wir hier die nächste Aufgabe. Weltstrecken. Irgendwas müssen wir schon wieder gewinnen. Asien. Ja, aber welchen jetzt? Ach, da ist ja das. Äh, zwei. Wir haben zwei Aufgaben. Oh Gott. Ohne Limit. LP ohne Limit. Und hier war 5,50. Die Challenge. Ach nee, das ist neu. Japanese FF Challenge 450. Geschenkauto dritter Platz oder höher? Ah, empfohlene 4,50. Und welchen haben wir? Ach, wir brauchen den Antrieb. Äh, haben wir nur die. Aber wir nehmen den Suzuki. Der hat 4,10. Der ist zugelassen. Reicht, oder? Oder zwei Runden? Acht Autos? Schaffen wir. Easy. Also das bockt schon sich so, ne? Das ist glaube ich so der Hauptunterschied zu Forza, dass ihr nicht diese Ubisoft Formel habt. So eine riesen Weltkarte und alle Aufgaben abgrast. Spielt sich halt anders. Ist auch gut, aber... Hier ist halt so typischer Gran Turismo Style. So, was müssen wir werden? Dritter. Wir haben nur 410 LP. Schaffen wir das? Siebter. Stimmt. Drei so eine Ding. Ja, genau. Wir kriegen jetzt bestimmt einen für den Sieg. Und dann noch einen. Und dann... Och, ist das langsam. Obwohl, der fährt 180. Kommt mir grad absolut nicht so vor. Kann haben wir auch halt... Ah, jetzt, ne. Guck mal, das sind die Bremsen. Ne, die sind immer noch so rot. Bremsen, Bremsen. Ist da noch ein Schild in der Mitte? Bremsen. Bremsen, 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 Bremsen. Bremsen, Bremsen, Bremsen. Probier nochmal so. Ich bremse dann immer nochmal. Das ist halt dumm, ne. Ich lasse die Bremse zu früh los, bevor der Bremsbereich endet. merke dann, dass es mich doch noch aus der Kurve trägt und muss dann nochmal nachbremsen. Wahrscheinlich doch schlauer richtig runter zu bremsen und dann aus dem Scheitelpunkt rausbeschleunigen. Und Ideallinie, sagt Philipp immer. Ideallinie, Tom. Ideallinie. Denk an Ideallinie. Kann ich auch schubsen? Klar. Windschatten. Philipp sagt Windschatten. Letzte Runde. Jetzt dürfen wir nur keinen Bremskacker machen hier. Also, dass es nur eine Außenansicht gibt, staune ich eigentlich, ne? Ich glaube, bei Forsa gibt es drei oder so, wo sich jeweils der Winkel immer ein bisschen verändert. Insgesamt nur vier Perspektiven. Bremsen volle Kanne. Ich glaube, eben sind die roten Streifen verschwunden. Als ich durchgebremst habe. Nochmal testen. Beste Runde. Oh, und jetzt? Denn, oder nee, sie werden nur blasser. Wird man den Sound eigentlich laut genug? Quietscht schön und so? Oh, aufpassen. Wir sind jetzt nicht so overperformed wie eben. 100 Meter, 50 Meter. Jetzt war noch keine Bremsbahn. Oh, shit. Nein, nicht. Nein. Nein. Ich habe es jetzt nicht verkackt, oder? Nicht in der letzten Kurve. Jetzt Nachspielzeit-Bug. Scheiße. Wieso ist der eben so übersteuert? Ich habe doch gar nichts gemacht. Jetzt werden wir nur Dritter. Dafür gibt es bestimmt kein Auto geschenkt. Scheiße. Ach man, mir hat zu viel gequatscht. Zu sicher gefühlt. Bronze? Gibt kein Auto, oder? Bestimmt nicht. Wenn nicht, können wir den ja noch ein bisschen pimpen. Doch, es gibt ein Auto. Jetzt fehlt uns der Civic. Was ich jetzt nicht weiß, wie komme ich an den Civic ran? Hätten Sie den anderen Parcours? Oder hätte ich Gold holen müssen? Sie haben jetzt Zugriff auf den Club-Sportbereich des Tuning-Shops. Ah. Okay. Okay. Den Club-Bereich. So, wir müssen uns angucken. In Besitz doch da. Guck mal, da unten wird der angezeigt. Dann muss es doch auf der anderen Strecke sein. Der hier unten war neu. Ja. Und da kommt er. Okay. Also jetzt ist es... Ja, ja, ja. Verstehe ich. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nicht zwingend die Strecke normal fahren, ne? Wir holen jetzt einfach den zweiten Wagen und dann haben wir Menü Quest Nummer 5. Wollen wir den noch tunen? Ne, wir schaffen das auch mit 410 wieder. Wir müssen sparsam sein. Ja, aber wenn ich die nicht kaufen soll, welche Autos soll man denn überhaupt kaufen, wenn man alle geschenkt bekommt? Nicht alle, ne? Ach ja, morgen Weekend League. Nee, was denn? Niemals! Ach, komm. Da war doch gar keine Bremsmarkierung. Oh, na, doch, da steht was von Bremsen. Ja, das war doch nur das kleine... Hier, da steht Bremsen. Doch, da war was. Oh, shit. Okay. Ab einer Mille aufwärts erst kaufen? Den ganzen Krimskrams kriegst du aber doch nicht alle, weil... Wie sollst du denn die Trophäe kriegen mit 500 Autos? Spielen, 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 ne? Es ist denn die Trophäe in ihr Wurstel. Ey, der bremste mal zu. Geh weg. Die Frage ist nur, wann brauche ich die Lizenzen eigentlich dann? Bestimmt auch irgendwann. Wo, jetzt aufpasse. Aufpasse! Einmal bremsen. Zweite mal bremsen. Siehst du? Geht. Also man muss die schon ernst nehmen, die Bremsdinger. Guck mal. Trotzdem treibt es mich da noch wieder raus. Weg. Wozu sind die gelben Dinger? Hier diese, diese Schlüssel? Muss ich da durchfahren? Kriege ich dann Schildkrötenpanzer und Bananenschalen? Nein. Aber. Ich könnte auch mal besser fahren. Wir sind ja nur dritter. Dritte Runde. Schaut mal noch, oder? Könnten wir schaffen. Kurvenscheite heißt? Scheitelpunkt. Ach, das sind die Scheitelpunkte. Die ich vorhin ganz profimäßig erwähnt hatte. Das war schon ziemlich nah an der Ideallinie. Aber brauche ich die eigentlich? Weil die stören auch so ein bisschen mein optisches Empfinden. Aber die konnte man nicht ausstellen, glaube ich, oder? Das ist nicht Mario Guard. Ach so? Ich hatte doch aber vorhin eine blaue Schildkröte. Nee, ich hatte mir nur gewünscht, als wir so weit hinten waren. Aber. Komm, Windschatten. Nee. Das ist zu spät. Nur zwei da. Egal, fürs Auto reicht's. Grealish für Geburtstag bekommen. Mein Glückwunsch. Marcel, bist der Donner da? Wolltest du dich doch erholen? So. Was ich halt auch cool fand, aber das fährt halt... Also man fährt ja eigentlich nicht mehr auf Zeit, ne? Also Zeitrennen fand ich halt früher immer mega motivierend, so Freundeslisten. Also als ich noch gespielt habe, da gab's das ja nicht online. Da saß man auf der Couch mit getrenntem Bildschirm. Oder man hat immer abwechselnd gespielt und sagt, jetzt bist du wieder dran. Jetzt versuche ich, die Zeit zu unterbieten. Jedenfalls mit einem Kumpel mal gemacht. Heute zockt man online und hat die Ranglisten. Kann nicht schlafen, wenn der Stream läuft. Ach du Scheiße, echt? Man kann sich daran orientieren, um ein Linkpunkte zu finden und abzustellen, ab wann du rausbestellen kannst. Das stimmt allerdings. Das habe ich jetzt zum Schluss mal versucht. Lief ganz gut. Also lassen wir die drin. Und wir haben das Menübuch voll. Ja, geht Marcel. Autorennen ist wahrscheinlich so mehr... Oder noch interessanter als jetzt so die anderen Neuerscheinungen der letzten Wochen. Formel 1 ist ja momentan auch gut angesagt als Spiel. Und gerade Tourismo, ich sag mal zum Release, interessiert vielleicht doch den einen oder anderen. Wie es so geworden ist. Sven-Nabend. Trotzdem schaffen wir nicht die 300 Däumchen, die wir noch vor ein paar Wochen immer hatten. Keine Ahnung. Ich habe die Umfrage auch wieder weggelassen, die daran erinnern soll, weil er hat auch nichts gebracht. Deswegen. So, jetzt müssen wir wieder zu dem Otto ins Café, ne? Und. Werkstatt, ach da gucken wir kurz. Sammlerstufe erhöht. Club-Sport-Teile darf uns jetzt verkaufen. Oben Sport, Club-Sport. Ich habe sogar Motor-Kraftbegrenzer und Ballast zur Senkung der LP. Aha. Cool. Die werden sicher von Nutzen sein. So, wie kommen wir hin mit R1? Haben wir richtig kranke Sachen hier. Next Level. Gut, aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. Los jetzt, Daumen hoch, let's go. Mir gefällt es schon, ja. Macht nicht viel verkehrt. Also, oder besser positiv formuliert, macht vieles richtig. Ich denke, die meisten, die Gran Turismo früher mochten, werden sich schnell heimisch fühlen. Ähm, grafisch schon eine Wucht. Steuerung gut. Mit Blackrad sicherlich noch besser. Aber es lohnt sich bei mir, wie gesagt, einfach nicht. Warte, bis du Multiplayer hast, dann spiel mal zusammen Zeitrennen. Dann kannst du ein Event machen, schnellster des Monats XX-Supporter. Da willst du denn immer oben stehen, wa? Warte mal ab hier. Haben wir den Community-Supporter? Wer hat denn? Nee, sehe ich ja hier. Ich sehe die hier an der Liste. Waren ja nur vier. Fotorealistisch. Ja, sieht echt. Aber Glückwunsch. Wir haben alle drei Autos, damit sie ihre japanische... Plupp, plupp. Und neues Roulette-Yippie. Und Luca hat schon wieder viel zu erzählen. Ich frage mich trotzdem, wo Menübuch 2 geblieben ist. Oder? Frontantriebe, blabliblob. Benötigen weniger Teile. Ich habe natürlich fieserweise noch bei PS5 jetzt das Raytracing extra eingestellt. Das kommt halt nur, wenn ihr jetzt das so in den Modi betrachtet, in der Garage und so. Ich glaube, im Rennen selber ist da nicht so ein Unterschied. Ihr könnt halt zwischen Raytracing und Performance umschalten, aber irgendwo habe ich gelesen, dass auf der 5 es keinen Unterschied macht. Da könnt ihr grundsätzlich immer auf Raytracing gehen. Trotzdem die 60 FPS. Ja, das sieht schon echt stabil aus, wenn ich es da in dem kleinen Bild sehe. Also wenn ihr das auf dem Handy seht, so klein, das muss ja noch schärfer aussehen. Ich sehe es jetzt halt, wenn ich streamen auch nur in 1080, nicht in 4K. Aber es sieht schon auch so ganz lecker aus. So, Menübuch 6, einen Oldtimer tunen. Nächste Aufgabe. Tunen Sie einen Mini Cooper S von 65 auf 360 LP oder mehr. Mini Cooper S. Wie ich höre, hat Ihr Tuning Shop geöffnet? Ziel ist es, das Auto zu kriegen, das am europäischen Sunday Cup teilnehmen kann. 360 oder mehr. Sportreifen haben sicherlich eine große Wirkung, aber tun Sie alles, was nötig ist, um die magischen 360 zu erreichen. Sie können nur das Auto tunen, das Sie gerade fahren. Holen Sie jetzt die Mini Cooper S aus Ihrer Garage und gehen Sie zum Tuning Shop. Machen wir. Das ist ganz witzig gemacht. So, wir sitzen nämlich im Swift Sport. Wir gehen in die Garage, holen unseren Mini. Mit dem haben wir doch sogar schon Rennen gewonnen. Ne, vorher machen wir unser Lotto-Geschenk. Ich will endlich mal ein Auto ziehen. Pack Opening. Das kleinste Häufchen, 2000 Coins, ist das Schlechteste, was du ziehen kannst. Stimmt, kann ich hier ein Video rausschneiden aus dem Stream, oder? Wir machen ein Roulette-Ticket-Opening. So. Ja, die Innenaufnahmen sehen auch stabil aus, ne? Kannst du hier mit R1 noch durchswitchen, wie im Autoprospekt. Felgen gibt es auch ohne Ende. Die haben wir noch gar nicht gefunden. So, Autosammlung. Drei neue. Und die brauchen wir jetzt nicht anklicken. Ach, Mann. Wir wollten uns doch in den Mini Cooper setzen. Fahrzeug wechseln. Da ist er. Der ist jetzt auf 329. Haben wir den noch schon? Marcel, ärgere doch Mike nicht. Mike hat gesagt, er möchte nicht so gerne ins Voice. Mike, lass dich nicht ärgern. Wir rasieren auch ohne Voice. Aber Coop war schon besser, ne? Mit Voice, das stimmt schon. Mach eine Waffe draus. Ach so, 350 oder mehr. Ja, stimmt. Und ich dachte eben, Max, wir können, können wir jetzt alles? Müssten wir, warte mal, wenn ich jetzt die Stufe 1 nehme, gibt es bei Clubsport Stufe 2. Okay. Also ballern wir alles rein, was wir hier noch nicht haben. 349. Ja, Reifen. Lass mal. Jetzt gehen wir auf Clubsport. und geben ihm alles. Hubraum. KW. Nockenwelle mit großem Hub. Hochdruckkolben. Und es ist nix zu teuer. 368 LP. Mit der Sportaufhängung. Zwei-Weg-Sperrdifferential. Oh, es ist runtergegangen, ne? Scheiße. Das bringt gar nix. Das war jetzt dumm. Im Rausch. Shelby Cobra. Sportbremssatz. Oh, der ist, der bringt richtig viel. Kurz übersetztes Getriebe bringt nix. Der bringt nochmal viel. Das für bessere Höchstgeschwindigkeiten sorgen kann. Perfekt für mittelschnelle bis hohe Schwindigkeitsstrecken. Rinder mit. Zweite Gewichtsreduzierung bringt ja nicht viel für den Preis, ne? Aber das bringt auch nischt. Ballast bringt auch nischt. Matschreifen. So. Haben wir richtig Kohle rausgehauen und sind auf 3,72. Na toll. Teurer Spaß. Was will er jetzt schon wieder? Luca? 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 Tuning ist knifflig. Na ja. Aber es lohnt sich. Es gibt Teile, die man unterschiedlich nutzen kann, um die Leistung des Autos zu verbessern. Und es gibt Teile wie Motor, Kraftbegrenzer und Ballast, die die LP ihres Autos tatsächlich verringern sollen. Viel Spaß beim Entdecken der wilden Welt des Tunings. Neue Strecke. Alsace, Frankreich. Und Sardegna, Italien. Wir kriegen neue Europastrecken. Und Menübuch Nummer 7. Achso, wir müssen mit dem jetzt gar nicht fahren. Europäische Kompaktsportwagen. Menübuch Nummer 7. Ach doch, da ist was. Irgendwie Mini Cooper? Ne, aber haben sie alle drei Fahrzeuge. Mini Cooper ist noch ein Start. Diesmal möchte ich, dass sie europäische Kompaktsportwagen sammeln. Das sind Kleinwagen mit Vlieshek, bei denen ein Hecktür am Dach montiert ist. Sport bedeutet, dass sie schnell sind. Sven, danke fürs Follow. Willkommen. Abarth. Und Polo GTI. Chris, grüß dich. Jo, geht soweit. Alles fit, hoffe bei dir auch. Oh, jetzt habe ich. Was war? 360 LP? Überlesen. Ähm. Europa. Zwei neue Strecken? Ne, drei. Oh Gott. Brands Hedge. Hier kriegen wir den. Hä? Das ist ja noch ein Mini Cooper. Brauchen wir den? Hier gibt es den. Und hier gibt es den. Das sind die drei, ne? Jo, dann fangen wir mal an. In britischen Königreich. Sunday Cup 400 LP ohne Limit drei Runden. Ohne Limit. Die sind immer gefährlich. Wir sitzen noch in den Mini Cooper, ne? Empfohlen 400. Wir haben 372. Dann nehmen wir doch. Ach so, geht nicht. Dürfen wir nicht. Dann müssen wir das mit unserem getunten Mini Cooper jetzt doch schaffen. Und Sedge fährt DTM. Finden wir auch die Präsentation abseits vom Rennen irgendwie nett gemacht mit einem Kaffee. Typisches. Ja, auf jeden Fall. Feeling ist komplett da. Alles von der Weltkarte halt aus. Und halt keine Ladezeiten. Das ist der Hammer. Drückst du auf Start, guck. Du bist instant im Rennen. Es ist krass. So, aber ich glaube, unser kleiner Mini ist hier nicht. Aber wir konnten doch den. Oh, shit. Mann. Warn und Reden. Nein. Da war da. War da. War da ein Bremsschild? Ich glaube, ich muss mir doch wieder die fetten roten Balken da anmachen. Aber die haben wir doch an. Wiesste? Es war nichts mit Bremsen. Voll fies. Boah. Der fährt sich aber kacke. Hoben, weit außen anfahren. In den Scheitelpunkten, ne? Stimmt. Hatte ich ja gesagt. Wollten wir uns ein bisschen dann orientieren. Fuhr sich echt gut. Abschied. Wo ist das? Wollten! König! Wollten! Wollten! Jetzt bin ich da nicht richtig angefahren. Nee, nee. Also dann ist schon gut, dass man die nicht ausblenden kann. Obwohl das halt nicht so hübsch aussieht, ne? Aber... Voll vergessen zu bremsen! Aber haben wir noch hingekriegt? Haben wir, Tom? Dann nimmst du mehr Speed mit. Ja. Dumm ist halt nur, dass die auch immer auf die Ideallinie wollen, die kleinen Scheißerchen hier. Dritter, anderthalb Runden nur noch. Naja, vor allem brauche ich nicht zu bremsen. Jetzt aber. Die war schlecht. Ja, die war von der Strecke. No, gibt ja kein Schadensmodell. Wiener vergessen zu bremsen? Oh, ich ließe mich auch. Aber kommt auch so ganz gut rüber mit dem... Mit dem Gewicht so vom Auto. Also es fühlt sich wirklich gut an. in dieses Bremsen und Raustragen aus der Kurve. Komischerweise nur, dass denn... Warum liegen die Schaltepunkte denn nicht immer auf der Ideallinie? Ohne Fehler wird man erster, ja. Das schaffe ich aber nicht. Treppchen reicht ja für das Auto. Oh, ich blinke. Warmen blinglicht. Achso, das macht er immer von selber an. So, der stimmst einmal die Strecke an und dann los. Der artet ja in Arbeit aus. Hahaha, pack, pack. Oh no. Really auf Facebook. Wenn die Ideale nicht immer die schnellste ist. Achso. Okay. Okay. So. Kling. Da haben wir das erste von dreien. Ach, was ist hell. Einmal noch die Melodien hören heute. Dankeschön fürs Gifte-Zap. Ehrenbrudi. Stell mal deinen Sportverband ein, Tom, fürs Handling. Rang? Ich brauche immer idiotensicheres Handling. Meinst du aber bei dem kleinen Auto beim Mini in den Sportverband einstellen? Marcel, dankeschön. Gifte-Zap einmal gucken. Einmal schaut mal bitte auf das grüne Symbol, ob ihr ein Geschenk es habt bekommen habt. Immer? Das finde ich doch wieder nicht. Sportverband. Wie soll ich das denn einstellen? Vielleicht finden Sie sich ja einen Gran Turismo-Fan der bleiben möchte. Der ist ja dann enttäuscht, wenn er bleiben möchte, Marcel, und künftig nur FIFA wieder sieht. Das ist ja mal das Problem. Aber ihr könnt natürlich trotzdem ein Twitch-Follow da lassen, wenn viele neue Zuschauer da sind, oder ein Facebook-Follow oder irgendwie mir so eine Freude machen. Müsst ihr ja gucken, ob hier Silber, wie er gespielt wurde, bitterlich enttäuscht. Ja, so ist das. Du bist Kfz-Michele? Ach so, Frank, cool. Also was soll ich machen? Ich soll das Sportverwerk umstellen. Aber wie? In welcher Art? So, jetzt erstmal, muss ich jetzt erstmal gucken. Philipp? Nee, Marcel, jetzt hast du Philipp damit auch noch angesteckt. Philipp, du hast schon genug Sterne geballert. Geschenke-Subs auf Facebook sind doof, weil die müssen angenommen werden. Deswegen sage ich immer, lasst es sein. Und Marcel und Co. machen es immer extra, um mich zu ärgern. Philipp, Marcel, Dankeschön für die Gifte-Subs, Ehrenbrudi Nummer 2. Philipp, Dankeschön. Gönnt hier einen Gifte-Support. Schaut bitte mal nach unter dem grünen Herzchen unten neben dem Stern. Wenn ihr draufklickt, steht da, ob ihr ein Geschenke-Subs bekommen habt. Wenn ja, nehmt es bitte an, sagt lieb Danke und freut euch über tolles Abzeichen, tolles Sticker und überhaupt Mitglied der coolsten Community hier auf Facebook Gaming zu sein. Dankeschön für euren Support. Klingt wie auswendig gelernt, oder? So, wo finden wir jetzt das Fahrwerk? Da steht irgendwo Fahrzeughöhe V und H. Haha. Okay. Mach ich in den Einstellungen. Vorm Rennen. Pass auf, wir gehen nach Frankreich, wir gehen in den Sunny Cup und Auto passt. Jetzt gehe ich in Fahrzeugeinstellungen. Detaillierte Einstellung und jetzt sagst du mir, wo ich das Fahrwerk anpassen soll. Holy. Uff. Getriebe, Leistungsanpassung, aber für einen Fahrzeugmechaniker muss das ja eine Wonne pur sein, oder? Das Spiel. So, da steht irgendwo Fahrzeughöhe VA und HA. Fahrzeughöhe. Aufhängung, Differenzialgetriebe, Aerodynamik, Motorsteuerung, Leistungsanpassung, Getriebe. Hier steht nichts von Lachgas. Lachgas überholen. Lachgas klingt witzig. Macht voll Spaß, aber ich finde es nicht, was du gesagt hast. Fahrzeughöhe, Fahrzeughöhe ist nirgends. Ich glaube, das ist mir dann auch zu komplex. Da steht 110. Ach, da. Höhenanpassung der Karosserie. Ja, Aufhängung. Ich kann aber nur auf Aufhängung gehen. Da müsste ich die Dinger einbauen, hier, diese Teile, weil ich auf voll anpassbar gehe. Weißt du, hier kann ich jetzt, oder? Nee. Beschreibung lesen. Da musst du bestimmt hier die Aufhängung erst ändern, auf voll anpassbar. Vorher kannst du hier keine Details ändern. Habe ich ja Schwein, Frank. Aber danke für den Tipp. Machen wir R1? Oh nee. Gebt keine Ruhe. Wo R1? Hier R1? Das geht nicht. R1 geht nicht. Hier geht nirgends, wo R1. Messungsverlauf? Ey, macht mich doch nicht knülle mit dem Quatsch hier. Messungsverlauf? Nein, ich muss fahren. Guck mal, wir haben 10 Zuschauer verloren. Ich muss schnell fahren. Die finden Menüs total langweilig. Nee. Also so tief werde ich da nie in das Spiel sinken. Wir fahren einfach so und rocken auch so die Hütte. Da ist der Abarth. Den fandst du so wie ein Nachtrennen. Uh. Keiner. Siehst du, ich sage euch, Geschenke-Subs auf Facebook sind doof. Dafür braucht man Abitur. Echt, ey, ich bin raus. Ich fahre einfach. Wenn ihr weg seid, mache ich auch wieder die Bremshilfe an. Nee. Bringt ja nichts, wenn man dann scheiße fährt. Und wir fahren echt bei Nacht. Erste Mal. Schade wird es geil, wenn du ein bisschen weggehst von FIFA. Ja, wird ja zwangsläufig kommen. Guckt ja jetzt schon kaum noch jemand zu. FIFA ist halt schon richtig tot. Sehr früh im Laufe des Jahres. Wir haben Anfang März. Es ist halt schwer, sich eine Community aufzubauen, die dich toleriert, wenn du die Spiele auch ab und zu wechselst. Ist halt unser Dauerthema. Was macht man richtig? Was macht man falsch? Eins steht jedenfalls fest, FIFA ist so schlecht wie selten und auch schon so viele Leute, wie noch nie schon damit gequittet haben und durch sind mit dem Thema, weil es einfach nicht bockt, weil die Rewards scheiße sind. Und jeden Freitag ein neues Event. Na, vom Gameplay reden wir gar nicht erst. Ist halt schwierig, ne? Anderns hast du mit FIFA halt ein Spiel, wo du das ganze Jahr über irgendwie so halt mehr oder weniger Content hast, ne? Wo wir auch mit unserer Supporter-Liga halt zusammen was machen können, wo wir jetzt Donnerstags Koop-Games spielen können und so. aber was bringt's alles? Und andere Sachen sind halt immer so befristet, ne? Selbst wenn jetzt, sag mal, Beispiel Elden Ring, Megaspiel, macht mir mega Bock, ist aber wahrscheinlich für viele nicht ganz so interessant. Eine andere Zielgruppe halt auch. und irgendwann ist es dann auch durchgespielt oder nicht mehr so interessant und dann, ja, was machst du dann, ne? Was machst du dann, wenn nicht jetzt der nächste Knaller kommt, der so ein bisschen aus dieser Nische kommt? Hm. Dann fahren wir mal Mario Kart. Holy moly, was für eine Strecke und ich erzähle bei noch und lese. Weißt du, was ich mit meinen privaten Autos mache? Die Aufhängung verändern, Frank. Ja, ist schon cool. Siehst du, ich kann nicht mal, äh, Starthilfe geben. Weil ich nie weiß, welches Ende man wo anstöpselt. Oh, shit. Ja, die erste Strecke mal mit Höhenunterschieden so ein bisschen, ne? Spürbar. Fühlt sich ja fast an wie diese eine aus den USA, wo man da immer an dieser Kurve so hochkommt. Wo sie lutscht. Holy moly, die Wacken über eben streamt. Egal was du machst. Ja. Ähm, ja. Ja. Wir hatten mal eine Umfrage in der VIP-Gruppe. Da war, äh, selbst die OP-Ultras spalten sich da so ein bisschen, würde ich mal so sagen. Also es gibt, oh, wolltet ihr noch vorbei eben? Es gibt die, die wirklich alles gerne gucken, einfach halt auch dabei sind, weil sie mit euch, weil ihr untereinander schwätzen könnt und so. Und vielleicht beim Spielen die beruhigende Stimme brauchen. Tom, hab mal eben geschaut, du bist aktuell mit Abstand bestbesuch. Ja, dann sind die COD-Streamer, die haben schon Feierabend gemacht, Marcel. und sonst gibt's ja auch kaum welche, also Kunststück. Und Landwirtschaft ist vielleicht noch nicht online, unsere LPG-Freunde. Aber, gut. Ist ja, wie ich sag, ich hab gestern Nacht wieder geguckt, nachts um drei. Es waren, glaub ich, fünf Streams auf Facebook deutschsprachig. Fünf. Zwei davon ohne Zuschauer. Ich weiß es halt nicht, wie das alles so werden soll. Tom, ganz einfach, die Starthilfe rot für Gefahr an, plus beide Seiten und das andere Kabel ergibt sich. Achso, Starthilfe. Rot für Gefahr an, das kann ich mir nicht merken, aber lieb, dass du es versucht hast, Frank. Ja, ja, Philipp, das ist halt schwierig. Was bei uns halt noch dazu kommt, ist, dass wir halt auf Facebook jetzt aktuell streamen und das dann immer schwierig ist, wenn du, obwohl heute geht es ja auch, anderes Spiel als FIFA. Der Algorithmus ist halt komisch. Mal bestraft er dich, mal nicht. Er ist immer gut gelaunt, wenn die Leute aktiv sind. Also, wenn Facebook merkt, dass ihr über Stunden am Schreiben seid, immer wieder neue Leute reinkommen und aufs Däumchen klicken und so, dann sagt Facebook, hey, da ist ganz nett, scheinbar. Die Leute bleiben auch länger als drei Sekunden und die doch vielleicht nicht so uninteressant. Da schicken wir mal neue Zuschauer hin. Das ist halt der ganze Trick am Algo und das hat halt ein paar Mal aber auch gar nicht geklappt. Mit Horizon Forbidden West mit dem neue Release Uncharted Remastered, da haben wir 20 Männchen gesessen. Viel mehr ist halt nicht drin. Ja, das ist halt, aber weißt du was, dann komme ich wieder auf dieses, warum hatten wir, als wir hier gestartet sind, im Januar 2021, warum hatten wir hier jeden Stream einen Zuschauerschnitt von 300 bis 350? Das ist ja, was mir nicht im Kopf will. Wo sind die Leute alle hin? Facebook macht dann einfach zu. Spaß an Minus und an Kausorie. Ihr seid immer noch bei dem Thema. Ich kann das nicht merken. Aber heute hat man dein Handy, da kann man ja zunächst googlen, wie geht Starthilfe oder so. Google hilft mir. Ich finde es immer cool, wenn du Spaß hast, und da ist FIFA dich nervt, merkt man die halt auch an. Ja, naja, gut, wen nervt FIFA nicht? Also verlieren ist halt immer doof. Und wenn es halt dann noch so dumme Sachen macht, das Spiel, dann ist es halt noch schlimmer. Und für Streamer ist also für mich, ich kann ja nicht für andere sprechen, also für mich halt auch irgendwann so der Punkt, wenn du halt jeden Stream immer das gleiche machst, ist halt auch langweilig. Kevin Moin, nutzt sich das Spiel zu kaufen? Also für mich ja, ist halt mal schwierig für andere zu sagen, lohnt sich, aber wenn du ein bisschen was übrig hast für Autorennen und vielleicht Gran Turismo von früher noch magst, dann auf jeden Fall Carlet Moin es ist glaube ich sehr umfangreich, es hat ein gut erspielbares Trophäen, Langzeit Motivation, es hat schicke Grafik, hat da Effekte, gutes Fahrverhalten, du hast 1000 Einstellmöglichkeiten und so, fühlt sich gut an, kann man schon empfehlen, denke ich, ist halt auch so ein Meilenstein, momentan ist halt so heftig, es kommt halt viel zu krasse Spiele raus in so kurzer Zeit, die Leute gehen wahrscheinlich wieder mehr raus, kann auch sein, Thomas, das allgemein so, das Zuschauer verhalten sich verändert hat durch Corona, naja, jetzt kommt der Sommer auch noch, klar, ist immer so nah, Christian, glaube ich, kaufe mir das auch, sieht schon nice aus, ja, Heutere, es ist rausgekommen, Kevin, haben gemerkt, dass Facebook Müll ist und sind gegangen, wer ist gegangen, wird mir jetzt gerade wieder der Zusammenhang, Marcel, gucken aktuell in Deutschland etwa 130 Leute, Streams, davon 100 bei dir, Läuferdick mal 70, ja, ja, Marcel, klar, weil ist ja auch kaum jemand anders da, wenn die anderen sind jetzt schon fertig, wie gesagt, das ist ja alles schön und gut, aber Facebook hat in Deutschland wie viele Millionen Nutzer, das ist doch immer, was mich so wundert, weißt du, dass irgendwie immer so ein Deckel oben drauf ist, ja, heute Release, 4. März für PS4 und PS5, nee, gibt's für beide, für beide Playstations, Kevin. So, jetzt noch das dritte Auto, ach so, die vor allem, nee, ich weiß nicht, ich glaube immer noch an diesen Mythos, dieses Willkommensbonus, Marcel, hatte ich dir, glaube ich, mal erzählt, es gibt halt dieses, wenn du auf Facebook neu anfängst zu streamen, dass diese Schleusen so geöffnet werden für drei Monate, kriegst du unbegrenzten Marktzugang sozusagen, weil das war ja unglaublich, pro Stream drei, vierhundert neue Follower, 350er Zuschauerschnitt, manchmal 550 in der Spitze, ich meine, wir haben uns ja jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt alle Facebook-Nutzer durchhaben, oder so, keine Ahnung, es wird immer ein Rätsel bleiben, wie dieser Algorithmus funktioniert, warum bist du nicht auf Twitch, Christian, sind wir ja, du kannst gerne ein Follow da lassen, Ausrufezeichen Twitch, aber Twitch ist halt wie der andere, sind wir schon wieder bei diesem Thema, ich soll das doch nicht immer machen, Twitch ist halt so hoffnungslos überfüllt, da wirst du halt gar nicht entdeckt, ist halt auch schwierig, ich meine, inzwischen haben wir halt so eine Base an Zuschauern, dass man sagen könnte, okay, würden bestimmt viele mit rüberkommen, aber es gibt immer genauso viele, die sagen, ich gucke nur Facebook, was ich mir halt immer nicht vorstellen kann, Streams nur auf Facebook gucken, ist halt ungewöhnlich, Patrick, grüß dich, ja, Patrick, ich auch, PS1, gesuchtet damals, ohne Ende, und das Feeling ist da, es fühlt sich gut an, die Weltkarte, das Menü, die Lizenzen, sich hocharbeiten, Fahrzeuge tunen, nächste Rennen schaffen, nächsten Wagen holen und so, es ist, er macht Bock, auf jeden Fall, und es sieht geil aus, habe ich gesehen, ja, ja, da war ich nur eingestreamt, das letzte Mal, eigentlich, im Juni sind wir, glaube ich, Juni, Juli, sind wir dann weggegangen, nee, umgekehrt, wir haben ja so halbe, halbe gemacht, ein halbes Jahr, genau, Ende 20, ja, schon weggegangen, und, seit 1. Dezember sind wir ja Partner auf Facebook Gaming, da hast du einen Exklusivvertrag, und darfst nicht mehr auf Twitch streamen, oder auf anderen Plattformen, außer Just Chatting, und Silvester hatten wir nur so eineinhalb Stunden Just Chatting Stream zum Jahreswechsel gemacht, aber richtig jetzt, mal hier, mal da, geht leider nicht, da müsste ich vorher den Partner auf Facebook wieder abgeben, dann könnten wir auch wieder auf Twitch was machen, ist das das Mr. Bienenmobil, ja, aber was für eins, voll hochgegangen, ey, wir sind vierter, ich darf nicht so viel, ich schaff's gar nicht, nee, ich hab's verkackt, sind wir schon in der letzten Runde, ich werde niemals mehr dritter, oder ich muss mich mal konzentrieren, und nicht so viel schwätzen, zu spät, aber ich musste Risiko gehen, komm Windschatten, Ideallinie, alles top, Scheitelpunkt anfahren, let's go, wir ziehen da noch vorbei, ja, jo, jo, das hat was mit den Scheitelpunken, kurz konzentriert, Ideallinie unten noch schnell auf Platz zwei geschoben, oh, jetzt nicht, nicht bremsen, 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 na siehste, geht doch, noch geholt, so, jetzt haben wir die voll, die drei, ne, nächste Büchlein ist voll, fast verkackt, den dritten Platz, alle voll, Menübuch, Sammlerstufe 5, ey, schon elf, wahnsinn, ey, ohne Witz nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht, bei dem Spiel, heftig, aber ist glaube ich so ein Teil, wo ich dann auch so nach ein paar Stunden sagen würde, puh, jetzt müsstest du aber auch mal wieder was anderes da drin, obwohl bis jetzt noch nicht, also weil man bis dann noch am Anfang so in dieser Suchtspirale, jetzt ist noch und die Aufgabe noch und das auch noch, also Multiplayer freischalten wäre jetzt schon noch, guck mal, die Replays sind einfach Zucker, oh, schnell wegmachen, krank wie die Zeit vergeht, ist so, nicht nur jetzt, sondern allgemein sowieso, 164, wer war vorhin im Stream ja schon 1000 hatte, ist richtig kurzweilig, Marcel und du hast geschrieben, du guckst den Stream nur meinetwegen, weil das Spiel interessiert dich gar nicht, aber ist halt so, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wir würden nur Autorennen, also wir würden das jetzt jeden Stream machen, wäre schwierig, weil ich weiß nicht, was da jetzt so, das geht dann nur mit Community-Rennen vielleicht, oder, also Multiplayer wäre jetzt halt schon noch cool, zu sehen zumindest, jetzt müsste man wieder ins Café, oder nicht, jawohl, der Tuning-Heini hat auch schon wieder was, Sammlerstufe, ab jetzt verkaufe ich Ihnen Semirennteile, hey, das heißt, wir können den Mini noch weiter hochziehen, alles rund um die Themen Tuning einstellen, können Sie im Online-Magazin Beyond the Apex nachlesen, okay, wir haben jetzt schon die, wir werden natürlich auch immer dezent teurer, könnten wir hier, einen Turbolader, von 61 auf 94 kW, gute Nacht, ey, du gehst schon ins Bett, Philipp, wer hilft mir jetzt weiter, wenn ich Fragen habe, schlaf gut, danke schön, nochmal für den kranken Support, danke schön für den Geschenk es habe, und danke Philipp, Topstars Today, 2430 Sterne, absolut krank, mach's gut, schlaf gut, danke, dass du mal wieder so lange dabei warst, und Marcelinho, sehe ich gerade da, grüß dich, ähm, alter, 50% mehr kW, aber, erst mal warten, wir haben es freigeschaltet, mal sehen, was er, muss er arbeiten am Weekend habe, DB Copies, was immer das ist, viel Spaß dabei, Deutsche Bank Kopierdienst, stehst du am Kopierers ganze Wochenende, für die Deutsche Bank, Kontoöffnung kopieren, was sind DB Copies, ah, Datenbank, siehst du halt gar nicht so schlecht, Sammlung komplett europäische, Kompaktsportwagen, Luca, blabliblub, und Scapes Pavillon ist verfügbar, Foto und Gran Turismo Auto, noch ein Pavillon, okay, wird den Mini richtig geil tun, mal gucken, erst mal gucken, weil wir haben jetzt nicht so viel Kohle, was er noch für eine Aufgabe für uns hat, Kompaktsportwagen, Fließheckfahrzeuge, siehst du, jetzt kommt es ja, alter, der alte GTI, der allererste Kompaktsportwagen, Golf GTI, war ja, ist das lange her, Super Stream, mehr davon bitte, see you, bin die Hau und Philipp, viel Spaß, Marcelinian grüßt dich auch, und die liebe Community hier, Dankeschön, willkommen nochmal, ein bisschen Spoiler hinten raus, ey, aber kein Geschenkesub angenommen, oder? Beide nicht, guckt mal bitte nach, unter dem grünen, da rechts vom Herzchen, zwei Leute könnten, ein Geschenkesupporterabo, geschenkt bekommen haben, einfach mal auf annehmen klicken, dann geht der Counter nämlich hoch, Supporterziel, 191, könnten zwei mehr sein, wenn ihr es nur annehmt, waschen sie, oh, da gibt es noch eine Trophäe für, oder? Ne, zehnmal waschen war das, waschen sie ihr Auto, also Geschenke, Supporterabo ist kostenlos, hat euch ein anderer Zuschauer geschenkt, und dann könnt ihr für vier Wochen gratis, in den Status eines Supporters reinschnuppern, muss man auf Facebook immer so ein bisschen erklären, geht die Auto, besuchen sie Wartung und Pflege, weil halt, das für viele auch neu ist, mein letztes geht hier auf der 3, danach nicht mehr, gab es danach, gab es GT Sports irgendwie, ich weiß gar nicht, ja, hier, Brandtourismus Sport, das habe ich auch nicht so richtig lange gespielt, ich weiß auch nicht, ach, wisst ihr an welches Spiel mich noch, Elden Ring erinnert, das Winter einfällt, an dieses For Honor, könnt ihr euch daran noch erinnern, das hat auch Spaß, diese Kämpfe, in Elden Ring erinnern mich komplett, an dieses For Honor, Paul, schönen Abend noch, und gute Nacht, schlaf gut, danke fürs zugucken, so, also, einmal Auto waschen, oh weia, fällt mir an, dass ich mein Smarty, müsste auch mal wieder in die Waschhalle, Scapes ist jetzt offen, und GT Auto ist jetzt offen, gehen wir erstmal waschen, Wartung und Pflege, Autos anpassen, Fahrerausrüstung, aha, aha, hier könnt ihr dann wahrscheinlich auch färben, und lackieren, färben, klingt so eine Haare färben, guck mal, da steht unser Mini, es gibt drei Etagen, mit Dienstleistungen, muss ich ihn jetzt selber waschen, irgendwie so, like a car wash, waschen sie ihr Auto, wenn es langer, dann sinkt das Nebel, 50, ist günstig, ja, so, bling, bling, ich glaube, bei 10 Mal gab es die Trophäe, oder, immer schon Ölwechsel machen, da geht dann letztendlich wieder nach oben, hat du meinst, im Real Life für den Smartie, ja, der war gerade zur, naja, gerade, vor drei Monaten so, zur Komplettinspektion, mit TÜV und allem, die Trophäe, da muss ich auch denken, ich habe einen Knall, ne, sauberer geht es nicht, hat einer mitgezählt, ich hoffe, das stimmt auch, nicht, dass da 100 Mal waschen stand, am Ende ingehmen, komm, plopp auf, jetzt war aber 10 Mal, oder, das war jetzt bestimmt 10, oder muss man 10, jetzt da, Blitzeblank Trophäe, da ist sie, der arme Kerl, so, Trophäe ist da, ähm, was man hat, hat man, werde sicher auch später, im Verlauf des Spiels kommen, aber wer weiß, wie lange wir dafür noch Zeit haben, zum Spielen, ja, war glaube ich GT Sports, überall gehört, dass es so schlecht war, war nicht so besonders, ja, habe es auch nicht lange gespielt, aber muss es selber mal zocken, ist halt schwierig, ne, kannst ja, früher, also, hier gab es immer Videothek, Videotown und so, Videoworld, da bin ich manchmal, Tatsache noch, weißt du, ewig hier, ne, Spiele ausleihen, und die, die Neuen, die waren dann halt sowieso immer vergriffen, so, Scapes, fotografieren Sie Ihre Lieblingsautos, Sarah, hi Olivier, Olivier, oh hi Sarah, wir müssen doch mal, ich habe viel von Ihnen gehört, hier können Sie Ihre Lieblingsautos, dann über zweieinhalbtausend Schauplätzen, auf der ganzen Welt, wir erreichen die Schauplätze, das ist ja auch cool, das ist ja auch cool, ich hoffe nicht, dass es ein Trophäe gibt mit, äh, lade zig Fotos hoch, oder bekomme so und so viele Likes auf deinen, gut, also das ist jetzt, erst mal nicht so interessant, obwohl da gibt es bestimmt eine Trophäe, wir gehen aber weiter ins Café, wir wollen in den Multiplayer endlich, ach Luca, Sie haben Ihr Auto wirklich gründlich gewaschen, ob der das mitgekriegt hat, dass wir ihn zehnmal gewaschen haben, Sie können die Auto komplett überholen, Reifen, Aerodynamik, bla bla bla, wenn die Auto ein schickes Fahrzeug, empfehle ich Ihnen, in Scapes Fotos zu machen, neue Belohnung, Tokio Expressway Express, war das nicht die Strecke? Acht oder neun, war das nicht die? Ichi, hi, Grüße, danke fürs Teilen, Patrick, danke fürs Teilen, nein, zack, Menübü neun, da ist es doch, aber der fehlt doch, eins, Weltstrecken, Tokio Highway, landen Sie in den Top 3, danach müsste der Multiplayer, Klär kommen, wenn es stimmt, was Philipp gegoogelt hatte, am Tag des Rennens wird es wohl regnen, also fahren Sie lieber vorsichtig, ach du Scheiße, welche Reifen nehme ich bei Regen? Ich bin Schwager beim B-Day, aber wenigstens geteilt und geliked, achso, ich habe irgendwann mit Schwanger und Geburtstag, dachte euer Kind ist schon da, danke für Like und Teilen, viel Spaß auf der Geburtstagsfeier, Regenreifen, haben wir den Regenreifen? Da konnte man Spiele ausleihen, genau, Movie Vision, heute hört man auf, was andere sagen und schreiben, ja, ist schwierig, aber heute hast du ja viele Möglichkeiten, guck mal, ich lese ja immer noch hier, guck mal, Tom, ihr wisst ja, Tom ist ja richtig oldschool, ich lese immer noch Zeitungen, so richtig aus Papier, ja, so und so, irgendwie, ja, will ich einfach das Abo nicht kündigen, da steht schon seit Jahrgang 2000 oder so im Regal, und dann kannst du YouTube gucken, Reviews, Tests und so, bewegte Bilder, das war ja früher, in der Zeitung war immer das Highlight, als dann die ersten CDs mal beilagen, bist du dann nach Hause geflitzt, hast die erst mal installiert, stundenlang und dann, oh, kannst du schon bewegte Bilder sehen, von dem Spiel, auf was du gehypt gewartet hast, heute klickst du bei YouTube und guckst dir tausende von Videos an, so Weltstrecken, mal gucken, welches Auto wir da brauchen, Tokio, ah, neue Meisterschaft, scheiße, da ist es, wir brauchen die B-Lizenz, holy, aber ist schon schlau gemacht, empfohlene LP, 450, da können wir unseren Nissan nehmen, jetzt müssen wir die B-Lizenz fertig machen, ach du Kacke, ich kann das bestimmt nicht, also ich gehe halt dann nicht auf Gold, wir müssen versuchen, dass wir Bronze schaffen, dreimal Gold habe ich schon, Grundlagen der Kurvenfahrt, B4, Stress, es ist dasselbe wie wir drehen, nur mit einem schnelleren Auto, Auto, okay, Autopilot aus, steht da oben rechts, Autopilot aus, sollte ich den vielleicht lieber, kann ich den einschalten, ne, da komme ich nicht hin, guck mal, da oben rechts steht in Gold, äh, in Gelb, Autopilot aus, jetzt steht da Christopher mit einem Like, Dankeschön, Anschluss 1, 2, 3, wie die alle hießen, ja, das waren noch geile Zeiten, so, äh, versuchen wir es mal, Autopilot, also Teile ohne Bremse, wir können halt jetzt schon, oh, Audi TT, hat nicht von einer nach dem TT, aber, ja, wir hinkriegen, oder, 1 Sekunden, let's go, komm, oh, naja, Bronze reicht ja, machen wir jetzt nicht auf Gold, ähm, 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 verlassen, ähm, die Stimme ist schon wieder, 4 Stunden sammeln, ey, mi, 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 so, äh, B5, Grundlagen der Kurvenfahrt Teil 3, Kurven, 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 hier müssen sie durch eine Reihe aufeinanderfolgende Kurven fahren, oh, finden sie den richtigen Lenkrhythmus und nutzen sie die gesamte Breite der Strecke, Autopilot aus, klingt so, als könnte man ihn noch einschalten, Gott, Autobianki, da ist der Abarth, die Prüfung, Alter, die waren früher so krass auch, ooooh, 48 Zehntel, shit, komm, die gingen schnell, so knapp an Gold, gescheitert, was können wir noch besser machen, entscheidepunkt besser nehmen, ja, ich bin vor mir, ja, oh, trotzdem nur Silber, nur 15 Zehntel, gut gemacht, na okay, dann, dann nicht, ich werde sie nie bekommen, die Trophäe, schaffe alle Prüfungen in Gold, hier sind die Kumpels wieder, guck mal, haha, Marcel, guck mal, Mike ist da, Mike, oh, Sascha war schneller als ich, Berlin-Dreifer als Sascha, Chris, welcher Chris, welcher Chris ist denn das, und Rodosch ist Manu, pack mal die Kurve weiter außen an, komm, Eddie, wir müssen die, Rodosch, 13, 0, 13, hat aber keiner von denen Gold geschafft, oder, komm, nochmal, weiter außen die Kurve, meinst du, nehmen sie die auch, deswegen macht er auch nicht die ganze Breite, ne, Gold, 13, 2, ich dachte 13, 0, doch, dann haben die ja doch Gold, Marcel, hat geklappt, alle Gold außer Mike, hast du gehört, um ihn zu ärgern, oder, stimmt, 13, 2, mir war wie 13, 1, äh, 13, 0, noch knapp vor Sascha, war wichtig, wieso fährt Chris mit Frankreich Flagge, weil es Holland Flagge ist, Edge, ich weiß, mache ich zu gerne euch dann, gibt wieder Kommentare, aufs VOD, die Bundesliga Stars, das war mit den Sternen, das war echt funny, EA Bundesliga Stars, wie hieß es, damals kann ich mich dran erinnern, das war Sebastian Drax drauf, oh man, äh, nee, da kann ich mich nicht dran erinnern, so, Gold, verlassen, zack, Münzen, 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 tägliches Training, weiter, gib uns Multiplayer, und dann müssen wir noch die, die Meisterschaft gewinnen, wenn wir die Lizenz haben, wir müssen noch, oh mein Gott, so, Kurve, zu Baza, ach, jetzt fahren wir mit unserem Fairladiness an, Patrick, grüß dich, dankeschön, wie findest du das Game, ziemlich genial, ich glaube, ein Muss für jeden Gran Turismo Fan, ein Muss für jeden, Rennspiel Freak, gut umgesetzt, schicke Grafik, gutes Gran Turismo Feeling, Weltkarte, Autos freischalten, Lizenzen, also es ist alles da, bloß in super schick, und auf der, werde ich, was müssen wir da schaffen, warte mal, also Manu fährt wie vom anderen Stern, der ist immer richtig krass, also ein Elf müssen wir schaffen, ähm, auf der, wer die Fünf sein Eigen nennen kann, ähm, mega, keine Ladezeiten, guck mal, da ist Instant drin, das ist schon geil, so, weiter außen anfahren, ach, das ist die gleiche Strecke, oh, Gott, nee, das wird nix, oh, ähm, das ist die gleiche Strecke, oder? der schlechteste, noch ein Versuch, Guido, moin, grüß dich, Oscar, Oscar, hi, oh, wieder aus, ey, shit, und Sven, danke für Sven, Sensationelle 50, Patrick, du bist der beste Streamer, mach bitte weiter so, müssen wir gucken, Patrick, sagen immer alle, du bist der Beste, der Tollste, ich gucke so gerne zu, aber wir wachsen nicht, wir kriegen keine neuen Supporter, und deswegen schwieriges Thema, aber freut mich trotzdem, danke für dein Lob, wie ist es, ist geil, Mike hat 11,8, also da warst du besser, gar nicht, 11,2, hast die 2 verschluckt, egal, wir haben Bronze, ich will den Multiplayer sehen, ist ziemlich cool, Guido, wirklich, sie haben nicht viel falsch gemacht, außer vielleicht diese, das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist die, ja, diese Bremszonen Markierung, auf der Strecke, das hätten sie irgendwie, hübscher machen können, nicht so klobig, ist so ein fetter, roter Zebrastreifen, immer in der Bremszone, hat sich verbessert, um ihr, eben schnell gefahren, oder? Und Sven, danke nochmal für, Sven-sationelle, 50-Gulcher-Sternchen, äh, was fahren wir jetzt? Toyota, was muss ich machen? Einfach nur Kurven fahren, Scheitelpunkt, Bremszone, guck mal, diesen Zebrastreifen, das finde ich halt, ein bisschen heftig, oh, ey, zu früh rausgelassen, shit, ach, es ist nur diese eine Kurve, guck mal, 18,8, komm, ey, Silber muss schon drin sein, noch, du kannst die ausstellen, aber das ist halt dann auch wieder nicht so gut, dann blinkt halt auf dem Nummernschild, so ein Bremsen-Symbol, je nach Perspektive, ich muss noch weiter rausfahren, ja, 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 jetzt weiß ich wie, das ist halt schon auch geil, wenn du diesen Laneffekt hast, so ein bisschen, hoffentlich habe ich den jetzt auch, Haltepunkt, besser raus, aber das geht noch besser, aber immerhin, Silber, Silber muss reichen, mit Lenkrad viel besser, nicht ja echt, glaube ich, aber müsste ich halt noch Pedale und den ganzen Wumms anbauen und hier ist schon so kaum Platz und so viele Rennspiele fahre ich eigentlich auch nicht, für ein Casual und für ein angespielt Stream muss es so gehen, Tobias, schlaf gut, heute ist drin, ja, aber wir müssen ja noch die WM fahren, wir müssen ja noch die, die Weltmeisterschaft fahren, oder die Meisterschaft, nicht Weltmeisterschaft, Patrick, zum ersten Mal mit Stand am Start, Dankeschön für 50, für den Bestmann hier, außer mir ist ja auch keiner da, Kunststück, man kann ja mit dem Gamepad linken, ach, du meinst du mit, ja, es ist aber auch, Nulliard, nee, wieder besser als Mac, auf deinen Kumpel zu ärgern, stimmt Anna, nee, bin ich auf die gleiche Strecke gegangen, da waren wir noch schon, Patrick, danke schön, ich habe die Silbertrofäe nicht gesehen, Silber sah aus wie grau, aber Manu fährt da wild, wie vom anderen Stern, deswegen ist er auch nicht im Stream, er fährt, er fährt, er fährt, schade, dass man, nirgends wo eine Freundesrangliste sehen kann, ja schon wie viel Kilometer unter, ey, das ist der Datenschutz, kann ja sehen, und Nummer 50, Dankeschön, aber jetzt habe ich nicht geguckt, 13, 14, ui, Silber ist da, im ersten Versuch unter 14, Platz 3, warum habe ich, nur vier Freunde, die PS5 wahrscheinlich nur, wird er nur reinnehmen, ne, Mike hat PS, nee, Mike spielt doch PS4, oder, 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 der Kameraeinschein komme ich gar nicht klar, ich weiß auch noch nicht, welches die beste ist, eigentlich muss man die, die Cockpit Kamera fahren, oder, welcher hatte ich denn jetzt eben, Mike hat keine PS, ja die vier, ne, also nimmt er alle Freunde rein, ob vier, ob fünf ist egal, weiß jetzt gerade nicht, wie es bei FIFA ist, ach da gibt es ja die Listen nicht mehr, ne, doch die besten Listen gibt es glaube ich noch, ähm, Silber, 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 so zwei Prüfungen noch, Dragon Trail Küste, oh Matthias, Grüße, aus der Schweiz, in die Schweiz, nee, du bist nur im Skiurlaub, ne, streng dich mal an, Tom schlägt dich, vor allen Dingen im First Try, aber, Mike ist auch durchgerauscht, ich kann so auch nicht fahren, immer Cockpit, und so auch nur Cockpit haut man mit, ja, ja, ich weiß, also wenn der mit Lenkrad spielt, dann ist natürlich Cockpit sowieso Pflicht, ich habe jetzt wohl immer noch die Hinterperspektive, so fahren nur Noobs, wie ich fahre, mit der Kamera, ich weiß, voll verkackt, überhaupt nicht gebremst, in der Schweiz im Skiurlaub, wo es Kaiserschmarrn gibt, ja, Foto habe ich gesehen und kommentiert, hast du wenigstens auch gegessen, wie gesagt, den haben die bestimmt aus Österreich importiert, jetzt bremsen, jetzt bremsen, zu früh reingezogen, ah, nicht richtig ausgefahren, scheiße, schlecht, bremsen sie, solange das Fahrzeug gerade ausfährt, machen wir jetzt, ja, da kriege ich den Scheitelpunkt schon nicht, wenn ich es jetzt nicht schaffe, fahren wir andere Perspektive, oh, oh, Silber sogar, hier bist du mehr der King, aber ich mag dich trotzdem, ja, man kann ja nicht alles können, guck mal, aber immerhin, wieder Platz 3, stabil, Part of Motorhaube, wir bleiben, wie Kaffee ohne Kaiserschmarrn, Mike hat es nur nebenbei gemacht, ganz auf entspannend, so, Abschlussprüfung, oh Gott, Grundlagen des Fahrens, zu Kuba Circuit, mit dem Renault Clio, na mal gucken, also gut, hier ist die Reibschlussprüfung, für die Prüfung halten sie eine National B-Lizenz, müssen sie eine Reihe von Kurven durchfahren, nutzen die Fägel, die sie bisher erlernt haben, und mit denen kommen wir die, oh, so, 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 mindestens Bronze, dann kriegen wir die Pappe, na dann, let's go, 27 Sekunden, so, Hertha Patrick, gar nichts lieber, schlimm, ah, jetzt habe ich mich verdrückt, jetzt bin ich auf L1 gekommen, siehst du, weil du von Hertha anfängst, bin ich gleich raus, trotzdem gehe ich morgen ins Stadion, mit den Jungs, ganze Clique, Paten-Kids, alle da, für jeden Dauerkartenbesitzer gab es eine Freikarte, deswegen kann man mal, den ganzen Schwung, Leute mitnehmen, freuen mich einfach alle mal wieder zu sehen, ein bisschen quatschen, Spaß haben, schöne Bratwurst essen, und dann, ja, mal gucken, gegen Frankfurt, irgendwas geht, aber, naja, uh, knapp, Bronze, egal, reicht, Lizenz ist da, genau, Mike hat es nur nebenbei gemacht, lass dich nicht ärgern von Marcel, oh, jetzt bin ich sogar schlechter, als Mike, aber egal, her mit der Lizenz, da ist er, National License Certificate, jetzt kriegen wir ein Clio Geschenk, Glückwunsch zum Erhalt, ein neues Geschenk, Auto in der Garage, zack, Renault Clio, darf man aber halten, bin Coup, Lopez und Zustände für die A-Lizenz, so, halten Sie die Rizenz, National A, nur ein kurzer, bevor Sie beginnen, haben Sie die automatische Bringsfunktion benutzt, ja, würde ich vorschlagen, das Fahren ohne zu lernen, ja, haben wir schon, wenn Sie das tun, erreichen Sie schnellere Rundenzeiten, das lässt du so stehen, ja, bin mal noch im Stadion, aber bei Schalke, na, auch viel Spaß dann, ich gehe am 13. Stadion Dortmund gegen Bielefeld, am 13. ist ja noch ein bisschen, so, jetzt gehen wir in die Meisterschaft, und gucken mal, welches Auto da Sinn macht, Tokio Meisterschaft, teilnehmen, empfohlener LP 450, können wir den Nissan nehmen, mit 530, dann wäre das einfach wieder ein Easy Peasy, oder, das ist unser, unser beste Car mit Abstand, aber ist schon ganz schön was zugekommen, ne, wo kommt denn der Honda IT, 436, ach, der Clio hat auch 446, den kann man bestimmt auch, ich weiß nicht, ob wir den hier nehmen dürfen, doch, oder nehmen wir den, den fahren wir mit, äh, Fair Lady, Tokio Highway, Rennen Nummer 1, zwei Runden, oh, bei Nacht, pff, uh, Straßenrennen, bei Nacht, pff, hast schon alle Lizenzen, so schmal, bremsen, 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 boah, das rammelt so, ey, boah, hier können wir schön die Bande benutzen, holt andere Perspektive, gut, machen wir mal, man sieht halt immer schlechter, ob man vorbeikommt oder nicht, guck mal, jetzt blocken die mich hier einfach, und man hat natürlich auch eine schlechtere Streckenvoraussicht, vom Spaßfaktor auf jeden Fall besser, mit Lenkradpflicht, aber für bessere Übersicht im Alter ab 55 war ich tatsache lieber mit der, weil ich dann ein besseres Gefühl fürs Gesamtfahrzeugverhalten habe, sprach es uns schlittert fast, das wäre jetzt die Wiese, Überschlag, das ist Karriere, ähm, ja, sozusagen, ja, du musst über die Weltkarte diesen ganz normalen Modus, also online musst du ja erst freispielen, das machen wir gerade, du musst halt die Quests erledigen, die du im Café bekommst, bis zum Menübuch Nummer 9, und danach soll jetzt der Multiplayer kommen, ja, aber das Multiplayer ist halt dann so, also, wir können natürlich gerne so, wie bei Formel 1 haben wir es gemacht, Supporter Lobbys machen, oder wie bei Mario Kart, aber siehst du ja, so viele Leute haben es noch gar nicht, wir werden ja maximal 5, wenn alle da wären, und, das wäre sicherlich ganz witzig, aber jetzt hier mit fremden Online-Lobbys, da sind doch dann die vollen Freaks am Start, da siehst du ja wieder keine Sonne, Ja, Ja! 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 Die Pad-Vibration muss ich irgendwie auch eine Stufe noch runterstellen. Ist auf der 5 echt heftig. Formel 1 Sub-Lobby, 1000 Sterne für jeden, der den Tom abschießt. Ja, supi. Hat mal bloß umgekehrt. Jeder, der mich abgeschlossen hat, hat ein Parma-Bahn bekommen. Menü 25. Die roten Bremsbalken. Sieht hässlich aus, ne? Ach ja, aber ausstellen ist auch schwierig. Dann hast du wirklich ein sehr minimierter, also in der Cockpit geht es noch. Da hast du das Bremsenblinken in der Mitte dann und die Straße frei. Würde mal gerne auf 1 mit Tom zocken. Warst du da noch nicht am Start bei uns? Als wir 2 Formel 1 gedaddelt haben? Matthias? Das ist lange her, ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann wir den letzten Formel 1 Stream gemacht hatten. Aber ist halt dann, wie es immer ist, schreien immer alle, juhu, endlich. Und wenn dann soweit ist, so wie bei Mario Kart oder so, dann sind wieder nur 5 da. Da hatte ich, ach du hast das Spiel noch nicht. Ah, okay, das kann sein. Das wird dann so sein, ja. Mal gucken. Im Sommerloch kamen wir nach Formel 1 aus. So, Rennen Nummer 1 gewonnen. Zum nächsten Rennen. Waren auch nur 2, ne? Oder waren es noch mehr? Gleiche Strecke oder wie? Oder rückwärts? Ne, bei Tach. Ne, wünsche ich mir nicht. Abschießen ist doof. Ah nein, es regnet. Oh oh. Gut, bei Regen müssen wir natürlich die Perspektive nehmen. Die sieht halt dann schon cooler aus. Trotzdem sieht es ein bisschen aus wie Schneeflocken, die tropfen. Oder ist es einfach der Abrieb so, dass der Wind die so hoch peitscht? Was gut ist, ist hier dieser Dampf. Der Wasserdampf da von den vor und hinter dir übrigens auch. Guck mal. Hinter dir kannst du nichts sehen. Das haben sie echt. Wettereffekte sind ziemlich geil. Diese gelben Kreisdinger da, die Scheitelpunkte, sind halt auch nicht so hübsch, ne? Dadurch, dass du halt kein wirkliches Schadenmodell hast, kannst du halt hier auch ein bisschen rumcraschen. So, und nun. Gucken, ob der Regen noch aufhört. 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 Das ist wie Mario Kart ohne Antenne jetzt. Gucken, ob der Regen noch aufhört. 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 Nach dem Regen waren die Fahrbahn richtig nass, fett, die fützten, dann kam die Sonne raus. Regen war natürlich weg und die Fahrbahn wurde dann auch irgendwann trocken. Das war schon echt cool gemacht. So. Ab ins Ziel. Guck mal, kannst hinten nix sehen, ey. Aber wie ist es halt, ich kann, Chat lese ich gleich. Ist halt bei Rennspielen immer doof, ne? Sonst ist es halt schwierig. Hab ich euch schon mal gesagt. Deswegen streame ich ja auch nicht so gerne Racer, weil du kannst dann halt wirklich nicht so gut auf den Chat gucken. Gucken, wie es bei unserem doch recht aktiven Chat erforderlich ist. Dann hat mir einer gesagt, sogar kein Problem. Ja gut, da hat er auch drei Zuschauer. Na gut, dann ist der Chat vielleicht auch nicht so anstrengend. Wo? Ah, da ist das Ziel. So, jetzt können wir zurückgucken. Das letzte Spiel noch nicht. Welches ist Formel 1? Äh, welches Formel 1? Das letzte. Wie hieß es? 22? Wo ist es? 20, 20? Was ist denn? Welches war denn das letzte? Oder gab es das eigentlich nur digital? Ne? Ich weiß gar nicht. Wo sind das? Was ist denn? Was ist denn? 22, 20? Das ist alles nicht einsortiert. Das ist 20, ja. Da gab es doch noch ein neues danach, oder? Anna Tom, wird es noch weitere GT7 Streams geben? Joel? Er nicht. Sei denn, wir kriegen mal eine Truppe zusammen, um online zu spielen mit den Jungs. Das gibt es halt nicht. Jeder versteht mich. Mike versteht dich ganz gut. Gut. Ich habe auch die Xbox Series X, aber der DualSense Controller ist schon, ja. Die Xbox, die Series X habe ich auch, ja. Aber der Controller, mit dem komme ich gar nicht mehr klar. Schwierigkeit? Ähm, normal habe ich eingestellt. Ich denke Anfänger. Da denkste falsch. Ne. Legende? So, macht das klapp. Er benutzt die Leitplank als vorne. Wenn es kein Schadensmodell gibt. Wieso Schwierigkeitsgrad? Es gab doch nur diese drei, oder? Welchen meint ihr? Gibt es noch einen anderen Schwierigkeitsgrad? Legende habe ich nirgendwo gesehen. Nissan-Geschenk und jetzt haben wir wieder eins von drei. Nissan-Silber, naja. Apropos, chat, Onkel Matze, welches Level bist du in My Lost Ark inzwischen? Oh. Frag mal, wie viel 50er er hat, nicht welchen Level er hat. Die Mitte, genau. Normal, sag ich, ja. Das reicht mir. Ich bin ja kein Racing Freak. Aber hier oben könnt ihr die Option, glaube ich, hier war das irgendwo, ne? Randschwierigkeit. Guck mal. Einfach, normal, schwierig. Also Legende und Anfänger. Habe ich hier nirgends gesehen. Wir sind einfach auf normal. Und gehen jetzt zurück ins Café. Und müssten jetzt die Multiplayer jetzt fertig kriegen. Die war mein Pokémon Parade siegreich. Eine großartige Leistung. Horizon haben wir auch gestreamt. Sehr schönes Spiel. Macht viel Spaß. Aber ich habe es halt jetzt erst mal pausiert wegen Elden Ring. Macht mir noch mehr Spaß. Moment leider zu viele gute Spiele im Februar, März rausgekommen. Der Staple of Shame ist heftig. Und Main Game ist ja leider immer noch FIFA Multiplayer. Da ist der Multiplayer Pavillon. Jetzt bin ich ja gespannt. Sammlung japanische Sportwahl. Und da die Streamingzeiten ja begrenzt sind, da ich das noch nicht Fulltime machen kann, müssen wir uns halt ja, immer gut überlegen, was Sinn macht. Wann man was streamen kann. Knifflig und dynamisch. Man muss sich halt auch immer dem Markt anpassen oder der Nachfrage. Und vor Reisen haben wir gestreamt, haben wir mit 30 Zuschauern gesessen. Patrick war halt irgendwie gar nicht toll. Was halt, weil Facebook immer weird ist, dass es immer irgendwann ab einem gewissen Punkt immer bergab geht. Also ab vier Stunden ist, glaube ich, so dieser Zenit überschritten. Da machen die Streams immer dicht. Da kommt kein Nachschub mehr. ist halt bei Twitch viel besser, weil da kommt dann noch der ein oder andere, der mal so zufällig reinschaut oder vielleicht auch der ein oder andere Raid, der mal reinguckt mit ein paar Leuten und so. Das hast du hier halt alles nicht. Deswegen macht auch so, wenn Leute sagen, hey, mach mal ein 8er oder ein 12er, macht halt auf Facebook gar keinen Sinn. Hab ein bisschen davon, dass mir das auch zu anstrengend wäre. Multiplayer ist jetzt offen. Wir haben es geschafft. Warum gehst du nicht nach YouTube? Weil wir hier Partner sind, Patrick. Und da müsste ich vorher den Partner erst wieder kündigen. Müsste ich mir halt überlegen. Und YouTube ist ganz schlecht von der Plattform her. Gar nicht gut. Gehen viele weg. Und Twitch ist halt überfüllt. Wir sind auf Twitch. aber aktuell eben noch nicht aktiv. 12 Stunden FIFA-Stream. Geil. Aber Twitch kannst du gerne folgen. Da wäre noch Ausrufezeichen Twitch. Wir haben heute nicht ein Twitch-Follow bekommen in 4 Stunden. Das ist skandalös. So. Da unten. Multiplayer. Treten Sie Kopf an Kopf. Da oben. Was treten Sie offiziellen Rennen gegen Fahrer aus der ganzen Welt an? Uh. Sportmodus. Ein Modus, in dem Sie offizielle Online-Rennen und Zeitfahren und es gibt Rennen in den Tagen. Meisterschaften. Blabliblablabli. Sportmodus. Dass Sie gegen Fahrer antreten, die in etwa so schnell sind wie Sie. Verbessern Sie Bewertung in täglichen Rennen. Sammeln Sie Meisterschaftspunkte. Okay. Fahrerwertung. Uh. Tägliche Rennen. Alter, das ist ja richtig umfangreich, oder? Mit Liegen. Verhalten Sie sich sportlich und zeigen Sie Ihr gegen Respekt, wenn Sie fahren. Es ist Verbot, mit anderen Autos zu kollidieren oder Sie von der Strecke zu drängen. Uff. Rennetikette. Naja. Äh, nee, registrieren will ich nicht. Das ist, glaube ich, hier unser, hier können wir zwei Spieler Splitscreen, Couch Co-op, gibt's auch und ein Multiplayer-Lobby und die könnt ihr selber gestalten. Ich glaube, bis zu 16 in diesen Online-Rennen, wie wir eben waren, fahren bis zu 20 Leute und ist die WL von GT7, oder? Sieht so aus, ja. 24 Le Mans. Das hatte ich mal, Tatsache, auf der Dreamcast. 24 Stunden von Le Mans. Und, ey, da gab's echt ein Achievement. Kommt ich ran. Aua. Muss ich nachher wieder hochkommen. Matthias, extra für dich. Guck mal. Erleben Sie die Legende. 24 Stunden von Le Mans. Geil, oder? Ja. Die Lobby ist ein Modus, in dem Sie Online-Rennen fahren können und mit Spielen und Zwei-Welt. Blub, blub, blub. Sie können eigene Räume erstellen und Rennen ausrichten oder Treffen nur für Sie und Ihre Freunde einrichten. Ui. Spaß rennen, Spaß rennen, Spaß rennen. LP700 GR2 Krass. Das ist aber geil, kannte ich nicht. Echt? Haha. Naja, Dreamcast, wie alt warst denn da? Fünf. So. Training, Spaß rennen. Eins von 16. Sind ja alle leer, die Dinger. Guck mal, da geht keiner. Man könnte selber einen Raum erstellen und dann kannst du halt irgendwas eingeben. Spaß rennen, freies Fahren, Drift, Härte-Test, maximale Teilannehmeranzahl. Ach, maximale. Das heißt, er könnte auch früher starten. Ja. Die Frage ist, gibt es auch sowas wie bei Formel 1, dass man hintereinander weg mehrere Rennen fährt und dann so eine Punktewertung hat. Weißt du? Weißt du, wie ich meine? Mike, ich spiele mal ein Gran Turismo gegen Tom, aber nur mit Boys. Ihr seid so fies. Mike, warum rollen die nicht immer so, die Jungs? Oh, Mike, lass dich nicht ärgern. Ja, wenn wir hier reingehen, weiß ich nicht, keine Ahnung, wann der startet. Hier siehst du jetzt auch nicht, ob PS4, PS5. Wir treten einfach mal so einem Raum bei. Gucken wir mal, ob irgendwas passiert. Ich spürze morgen mal am Super Nintendo International Superstars Soccer Deluxe. Wo spielst du denn das Super Nintendo? Oh nee, die haben alle schon so fette Autos. Muss ich irgendwas machen? Ach nee, der hat auch ein Fair Lady. Mal gucken. Vielleicht startet der ja mal. Einfach mal sehen, wie die Performance ist und so. Aber ist halt erster Tag. Viele haben es vielleicht noch gar nicht freigespielt, so wie wir gerade ganz frisch. der Teilnahmezeitraum ist, wenn sie gelangen, automatische Träger, sobald die Anfahrt beginnt. muss ich noch irgendwas drücken? Zur Strecke begeben? Achso. Achso, kann ich üben? Kann man Warm-Up fahren? Hm. Ey, wenn du bergauf kommst, siehst du halt gar nichts, wo die Strecke hingeht, wenn du den Parcours nicht kennst. Übel. Strafe, anderthalb Minuten. Oh, oh. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Hast du brav Werbung geguckt, Marcelino? Danke dafür. Ich habe gesagt, wie du das Super Nintendo spielst. Hast du denn noch einen Röhrenfernseher oder spielst du es auf einem Emulator oder oder kann man da irgendwie, gibt es da Adapter oder so? Keine Ahnung. Oh, meine Fresse, ey. Sie werden gezwungen, an der nächsten Straflinie abzubremsen. Sie werden gezwungen, an der nächsten Straflinie abzubremsen. Weiß denn das? Erzwungenes abzubremsen läuft. Acht Sekunden bis Training endet. Oh Gott, wieso geht es etwa los? Alter, warum kann ich nicht bremsen mehr? Oh, das geht echt los. Shit. Das ist doch cool. Haben wir unser Ziel erreicht? Wir haben den Multiplayer-Modus freigeschaltet und jetzt fahren wir sogar noch ein Multiplayer-Rennen mit. Immerhin neun oder zehn Teilnehmern. Werden voll verkacken, aber ist egal. Was haben die alle für Autos schon? Oh. 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 voll zu spät gebremst einfach. Ja, endlich nen Twitch-Follow Ehrenmann. Da fahr ich sogar in die Bande. mit Meier. Dankeschön. Marcel, wieso stehst du da schon wieder? Steht schon wieder. Hast du Antworten? Wenn du immer Follow-Unfollow machst, verkackst du deinen Follow-Age. Wenn nächstes Jahr die Leute dann draufklicken und sagen, hey, wie lange folge ich Tom schon auf Twitch und bist du wieder Nese. Jetzt sind wir Letzter. Aber Dankeschön fürs Twitch-Follow. Guck mal, der macht da auch Fehler. Das ist halt auch wieder cool im Online-Rennen, dass wieder menschliche Fehler da passieren. Wir haben gezwungen. Ich habe schon wieder drei Sekunden Strafen. Was die Jiner für Autos haben, an einem Tag durchgespielt. Ja, ich weiß auch nicht. Teilweise echt übel. Weiß nicht, woran es lag. Jetzt werde ich gezwungen zum Abbremsen. Ist praktisch wie eine Strafrunde da beim Biathlon. Kommt, den kriegen wir da noch, oder? Den Holländer? Scheiße. Grüne Flagge. Raum verlassen, Raum betreten. Was war denn da eben los? Julian fährt ja mit auf Platz drei. Flieh da nicht richtig, ey. Naja. Mit den Strafen finde ich gut. Aber ist doch... Naja, weil du hast halt jedes Problem. Also Formel 1 hatten wir immer den Stress, wenn die Leute dann ruppig gefahren sind. Wir hatten halt das Schadensmodell an zum Teil. Gab halt immer Diskussionen. Also ganz Schadensmodell ausfanden die meisten dann auch langweilig, weil dann kannst du halt rumcraschen, wie du willst. Und dann die Gegner als Bande benutzen und wie auch immer. War halt auch nicht so richtig. Aber mit Schadensmodell war halt dann immer... Naja. Also ist mir selber auch manchmal passiert, wenn du einfach beim Start vor allen Dingen dann irgendwie verkackst oder fährst einem rein oder haust ihm nur den Spoiler weg oder einen Flügel vorne. Dann ist schon wieder ein Gejammer, war dann immer groß und so. Der andere sagt, ey, war keine Absicht. Naja. Also es war nicht immer einfach. Hab dann auch wieder viel böses Blut. Ist halt immer schwierig. Da werden erwachsene Männer zu Kindern. Ihr seht das ja in der FIFA Liga bei uns was da für Rage Quits gab. Also wo die Leute komplett die Liga verlassen. Aus welchen Gründen noch immer haarsträubend. Wollen schönen Urlaub noch dann reingucken ich bin so schlecht ey aber jetzt sehen die landschaften schon echt besser aus am anfang die strecken man halt irgendwie auch ein bisschen simpel grafik ist schon geil doch alles super ziel ist es einfach in ziel anzukommen aber wir wahrscheinlich gleich abbruch erleben weil wir eine Runde hinter sind vielleicht gibt es eine Trophäe beende dein erstes online rennen bin einfach 16 sekunden hinter am netz die Kurve war es jedes mal die meldung machen mich da so kühle die gehen alle schon die warten nicht auf mich bremst voll runter jetzt mal musste Tatsache machen muss den gesamten roten Bereich runter bremsen letzte Runde komm wir sind Ehrenwender wir beenden es sauber bis zum Schluss guck mal sind schon scheiße einmal nicht richtig sind schon immerhin siebter weil zwei ausgeschrieben sind bei mal gerade weiß jeder was erwartet ja also da hatten wir auch noch nie irgendwie so ein Rage ist jetzt wurde ich ins Ziel teleportiert wegen Verlangsamung habe ich bei amazon habe nie habe so ein adapter fahre im i weil diese skat kam achso und dann hast du dann 4 zu 3 auf den auf den fetten fernsehern ja musst du mal googeln ey aber das alles rausgraben oh gott ich weiß nicht ah ludi da kommen doch noch die twitch follows wenigstens das freut mich dankeschön ludi widmeier dankeschön jo war unser erstes online rennen und gar nicht mal so schlecht gar nicht mal so gut marcel ja aber wir haben es immer freigeschaltet oh 185.000 auf der uhr und jede menge also ne immer so weiter ein kurs kommt zum nächsten nächste aufgabe nächste aufgabe also es ist schon echt viel zu tun macht spaß ich muss meine bremsen upgraden ja das stimmt das war echt ein bisschen nicht so gut ja aber aber war auch gar nicht getunt komm noch ein pack opening zum schluss ein sterne roulette let's go jetzt ziehen wir ein auto so und so und so ein cooles schwarz ist auch noch wir kriegen wieder links den kackhaufen da oh 10.000 20 10 10 immerhin noch nicht ein auto gezogen es ist so wie noch nicht eine spielbare route gezogen naja so nice one ui 12 uhr jungs mädels feier und bleib gesund danke fürs zuschauen und bis demnächst tschüss